so hallo ich war wieder live auf deinem kanal warum linux besser ist das ist nur ein ganz ganz spontaner livestream ohne planung ohne voreinkündigung da dürfen sich die leute wieder in den kommentaren richtig abkotzen drunter das ist immer so wenn ich was spontan machen dann kotzen immer richtig ab warum könntest du das nicht an warum gibt es da nichts und warum ist das kein inhalt warum ich da keine planung warum ist einfach nichts ist einfach ein ganz spontaner livestream ja und der erste schreibt auch schon aristo heftig hi aristo geil und stefan schreibt auch schon hallo stefan freut mich das geht ja recht flott schon heute wieder ich glaube ich war vorhin mal kurz ganz aus versehen auf einem video kanal live das heißt ich wollte eigentlich hier auf diesem kanal live gehen aber ohne hatte ich da die den falschen code in der obs software drin dass das irgendwie nicht funktioniert hat hat er ist der öfter sagt freut mich dich zu sein geil danke ja wie gesagt ich war seit ich zurück bin von den philippinen war ich super super erkältet bin eigentlich jetzt immer noch etwas erkältet ist noch nicht ganz aus kuriert aber es geht wieder einigermaßen bei meiner frau ist es noch viel schlimmer und ist immer noch richtig erkältet die liegt immer noch teilweise im bett da geht es ja richtig vorwärts sind schon einige da stefan richter hästi moin moin bernhard florian müller hey alex jan breiti nabend alex rockenrolf hey rockenrolf was jamshir korusch hier ist ein idiot der sich ein ipad gekauft hat für mich so idiot na ipad ist auch ganz gut aber ist halt recht teuer also für mich wäre es nichts mir was auf jeden fall viel zu teuer aber warum nicht ich würde mir kein ipad kaufen aber ein idiot ist es doch nicht also ipad ist schon okay ist ja ein apple passiert das betriebssystem das wird eigentlich auf freebsd einigermaßen umgewandelt irgendwie daniel freudrich servus alex aktor ja wie war der urlaub alex ja der urlaub war riesen geil da war richtig richtig gut war richtig warm hat mir gefallen in der heimat von meiner frau war richtig richtig toll also super ich wäre am liebsten ja nicht mehr zurückgekommen meine frau natürlich auch nicht aber dann muss er wieder zurück man kann nicht immer dort bleiben ja johin nation nein auch ein ja ich habe hier noch mal einen zweiten bildschirm daneben stehen achtung ich zeige es euch mal kurz hier der zweite bildschirm auf dem sehe ich was ihr schreibt so kann ich dann ein bisschen so ungefähr ja dann kann ich besser schreiben ihr seid ihr den hauptbildschirm von meinem notebook hey das funktioniert ja geil das funktioniert ja ich habe ich habe mir das am ich habe gerade die meinung gesehen das sage ich gerade auch das erste mal wusste gar nicht ob das überhaupt funktioniert und wie es funktioniert und zwar ich habe da was eingebaut mit der obs software und mit dem tp stream dass man da irgendwelche ich weiß noch gar nicht wie es funktioniert man kann irgendwie spenden und man kann dann man kann wenn man abonniert wird es angezeigt wenn jemand abonniert wird es angezeigt glaube ich und wenn jemand wieder abonniert wird es auch angezeigt und ja auf jeden fall recht interessant aber da bin ich gerade am basteln was sagt er wie war es so in der lufthansa business sox wie die swiss also lufthansa business war ich nicht lufthansa bin ich überhaupt nicht geflogen also wenn ich das vergleiche die preise von der lufthansa sind immer recht recht teuer ich suche eigentlich immer den billigsten flug ist mir eigentlich relativ egal welche airline das letzte mal so war es das vorletzte mal war es ja eher china china airlines einer von beiden das war ja richtig bekackt und dieses mal sind wir geflogen mit galfair das war ganz okay galfair sind super aber lufthansa ist mir echt zu teuer lufthansa selbst die fliegen leider nicht mehr direkt nach manila das heißt wenn ich wenn man bei den lufthansa buch ist immer ein partner der dann fliegt lufthansa selber die fliegen nicht auf die philippinen die haben da zwar noch eine wartungshalle riesengroß steht drauf lufthansa technik aber die fliegen dort nicht mehr hin sascha bloggt sascha bloggt sagt wie kann man denn unter linux nen livestream machen ich wüsste wer immer das unter windows macht brauchte ich für linux irgendwelche zusätzliche software ja also ich habe hier die software obs open broadcasting software moment ich kann nicht so das zeigen genau ich ziehe es mal hier rüber dann siehst du das und zwar diese software mit der habe ich den live stream eingerichtet dann musst du hier eben alles einstellen wer was was gesendet wird die lautstärke welche fenster ist ein bisschen gefrickelt und dann kannst du hier streaming stoppen streaming starten oder auch aufnehmen direkt auf die in den pfeil auf die festplatte funktioniert also wie du siehst tadellos ja und den chat habe ich eigentlich auf dem zweiten bildschirm im fenster drin und dann kann ich dort in der obs software auswählen dass der ausschnitt von diesem chat fenster da unter dem webcam bild angezeigt werden soll ist ja richtig geil das programm julian thomasinny sagt ja man kann spenden ich weiß jetzt nicht wo wurde da was angezeigt mit spenden weil ich lass das ja eigentlich über die obs software laufen und wenn irgendjemand während des streams den kanal abonniert wird es auf jeden fall angezeigt das habe ich darauf eingestellt wenn jemand spendet über das tipi spenden whatever wird es auch angezeigt aber ich bin da nur im basteln oh bio deutscher sagt wie geht es denn was geht mit deinem arm ja hier habe ich weiß nicht ne sehntenscheinentzündung oder sowas ähnliches tennisarm hat der doktor gemeint ich hatte das eigentlich schon bevor wir auf die philippinen gegangen sind dann dachte ich naja solange wir dort sind ist es richtig schön warm dann wird es wahrscheinlich besser ist eigentlich der linke arm nicht der rechte bin ja rechtshänder auf den philippinen ja wird es eigentlich ein bisschen besser nicht wirklich und jetzt hier zurück in deutschland bei der kälte das tut richtig weh dann war ich heute beim dock ja und da haben wir einfach das ding hier verschrieben den verband also wenn gestützt wird und stabilisiert wird ich hoffe dass es besser wird ich habe mir auch Tabletten verschrieben wenn es nicht besser wird ja dann mal gucken achso Julian sagt jetzt nicht bei dir mit dem spenden graue kaiser kommen mal wieder so wie früher solche videos zb mit tipps rund um linux oder so ja eigentlich schon aber wie gesagt ich war jetzt vom urlaub her richtig k.o. jetlag mein arm tut weh ich war erkältet das ist jetzt seit langem wird dass ich was mache bin eigentlich immer noch so halb erkältet ja ich will auf jeden fall wieder was machen ich habe auch schon was vorbereitet also ja ich vorbereitet habe ist die erklärung erstmal für das linux datei system die ganzen ordner die ganzen verzeichnisse wie das aufgebaut ist warum weshalb was da drin ist das habe ich eigentlich gerade in vorbereitung was naja kann es sein dass die fritzboxen gegenwärtig leicht zu hacken sind denn ich wurde gehackt echt also wüsste ich jetzt nicht dass die leichter zu hacken sind als sonst solltest natürlich eine fritzboxen auf jeden fall aktualisieren auf den neuesten stand bringen was wurde denn gehackt deine fritzbox selbst wurde gehackt oder wurde dein rechner hinter der fritzbox gehackt Alex bei einem deiner linux dateisystem videos habe ich dir einen kommentar da gelassen sagt der sascha echt ja dunke dunke kann ich jetzt aber gerade nicht nachgucken Julian sagt die ankündigungen für live streams wären eine feine sache wäre eine feine sache wenn die geplant wären aber das war nicht geplant das war einfach so ganz spontan weil ich das testen wollte mit dem eigentlich mit dem tipi mit dem tipi stream da habe ich was eingebaut muss ich gerade noch mal gucken moment da habe ich etwas eingebaut ich weiß gar nicht ob das funktioniert sollte eigentlich sollte eigentlich funktionieren dass wenn jemand während des streams abonniert oder der abonniert und wieder abonniert weiß nicht ob das auch funktioniert sollte das angezeigt werden im video vorhin war mal ganz kurz hat es was angezeigt war allerdings so klein dass ich es gar nicht lesen konnte Volkan Y30 sagt benutzt du auch windows ne ich habe schon seit ohm gottes willen schon seit ewigkeiten wirklich kein windows mehr aber ich habe auch ich sehe auch keine notwendigkeit windows zu verwenden also bei mir funktioniert alles problemlos unter ubuntu unter linux ich sehe keinen grund warum ich windows verwenden sollte ich nutze keine software die nur unter windows läuft also absolut kein problem Sascha benutzt er nicht wie gesagt benutze ich nicht ja ich zähle keine notwendigkeit für windows dennis grüß dich mein bester grüß dich dennis freut mich ja werden langsam immer mehr leute im live stream 34 zuschauer zwischenzeitlich hey cool grauer kaiser sagt ich benutze nur noch windows für meine videoschnittsoftware ja da gibt es wohl wesentlich bessere videoschnittsoftware als unter linux ich benutze hier kdn live unter linux zum videoschneiden da damit komme ich eigentlich gut zurecht und da damit kann ich alles schneiden da vermisse ich eigentlich nichts ich muss windows ich muss windows nutzen da ich auf microsoft access angewiesen bin sagt er ich habe heute gesehen bei der neuesten wine version ne nicht wine sondern die die kommerziell vertrieben das heißt crossover das ist die firma hinter wine dort läuft zwischenzeitlich microsoft office 2016 unter linux richtig cool he das heißt du könntest dann dort unter linux microsoft office 2016 verbinden mit access natürlich bürdeutsch aber auf der arbeit wie schaut es damit aus mit windows also wie gesagt ich nutze nur linux ich habe auch einige formen denen ich helfe sachen einrichte da läuft alles nur unter linux auch die buchhaltung läuft unter linux und einfach schon anhand der datenspionage ist windows absolut unsicher verformen also ich kann es nicht nachvollziehen wie eine firma die geheime daten hat wie die windows verbinden kann denn jeder weiß dass windows eingebaute hintertüren hat ab wort schon man kann das nicht kontrollieren die hintertüren sind einfach eingebaut da hilft auch der besten virenscanner nichts das beste antivirenprogramm die beste firewall das sind fest eingebaute hintertüren so und wie kann man da geheime interne formendaten auf seinem windows rechner verwalten wenn man weiß dass man doch von außen darauf zugreifen kann dann womöglich fängt man doch sich ein virus ein natürlich meldet sich der virus nicht und sagt hallo ich bin jetzt da ne der versucht natürlich sich möglichst zu verstecken ja also ich finde das absolut schlecht verformen wie die dann mit irgendwelchen privaten daten umgehen und windows nutzen sascha bloggt ich bin wegen der schule darauf angewiesen schau mal sagt ich bin wegen der schule darauf angewiesen und die lizenz gab es kostenlos natürlich das ist die Taktik von microsoft die geben die lizenzen kostenlos an die schulen dort wird dann an die schüler microsoft unterrichtet alle microsoft produkte denn die schulen haben die lizenzen ja kostenlos so die schüler können dann das und das nutzen die privat natürlich das was sie in der schule gelernt haben nur privat müssen sie es kaufen in der firma müssen sie es kaufen so verdienen die geld ganz klar michael ziegner ich programmiere gerade ein raspberry pi als anonyme box geil cool wird auf jeden fall funktionieren denn die anonyme boxen ich glaube die geben sie haben ja ihre image kostenlos zum download das kann man sich dann auf eine sd karte machen und sollte dann als anonyme box über das tornetzwerk funktionieren habe ich ja da so eine anonyme box ich habe dazu auch mal ein video gemacht ich kann das vielleicht später mal unterhalb dieses live streams wenn das nicht mehr live ist verlinken den link zum video ist richtig cool also dann ist kann man absolut anonyme sort finde ich geil die anonyme box oh was schreibt er auf meinem handy ist ein android virus drauf ja wie geil ist das denn kennst du eine usb soundkarte mit sw für ubuntu kennst du eine usb soundkarte ne kenne ich keine mit sw für ubuntu sw keine ahnung was es ist aber eine usb soundkarte sollten eigentlich funktionieren ich hatte da mal eine ich habe da meine getestet und die hat eigentlich problemlos funktioniert ich habe mir da eine gekaufte ganz ganz billige die billigste die ich da im mediamarkt gefunden habe usb eingesteckt und hat sofort plug and play funktioniert ohne irgendwas zu installieren und konfigurieren mit linux ist es aber eine zwickmühle ich kenne nur sehr wenige laptop zum beispiel die wirklich 100 prozent problemlos funktionieren ne würde ich jetzt nicht sagen also mein altes laptop von toshiba hat problemlos funktioniert unter ubuntu das notebook von meiner frau das ist ein ganz ganz billiges wo ist es denn moment ich zeig es euch mal ja moment bin gleich wieder da hier geil habe ich es das notebook von meiner frau ein ganz ganz billiges von den philippinen gekauft forma neo ich weiß nicht ob das einer kennt neo wahrscheinlich nicht ist eine philippinische marke und das läuft problemlos unter ubuntu linux ohne probleme also da funktioniert alles perfekt und das ding war wirklich sport billig dort auf den philippinen war so ein billig notebook das heißt sport billig war es nicht denn die hardware ist dort recht teuer aber von das ist einfach das billigste was man bekommen konnte und hat problemlos unter ubuntu funktioniert installieren und tut ohne zusätzliche treibersuche ohne irgendwas zu konfigurieren tut out of the box also ich hatte ehrlich gesagt bisher noch nie irgendwelche probleme dass irgendwas nicht unter linux funktioniert hat das code was sagt ich habe windows 10 das neuste was sollen soll ich linux drauf machen habe eine ssd ob du das sollst kann ich dir nicht sagen ich würde machen wenn ich mag windows überhaupt nicht natürlich du bist windows gewohnt du magst auf windows nicht verzichten du hast deine ganze software unter windows in dem fall würde ich dir empfehlen dann mach doch einfach mal unter ubuntu kannst du die windows partitionen verkleinern und dann auf dem freigewordenen platz kannst du eine partition erstellen für ubuntu oder besser gesagt zwei einmal die Hauptpartition für das betriebssystem und dann noch eine swap partition und dann auf dem freigewordenen platz kannst du das natürlich problemlos installieren ich habe dazu auch mal ein video gemacht wie das geht kannst du gucken in meinen videos habe ich ein video gemacht ubuntu linux neben windows 10 installieren einfach so machen und das sollte auf jeden fall funktionieren ja was gibt es denn sonst neues weißt wie findest du ubuntu 17 ubuntu 17 gibt es gar nicht es gibt kein ubuntu 17 es gibt ubuntu 1704 und es gibt ubuntu 17.10 sind alles zwischen versionen entwickler versionen also ich wird ich nutze sie nicht ich nutze nur die lts versionen das heißt die long term support personen die für lange zeit mit updates unterstützt werden momentan nutze ich immer noch ubuntu 16.04 von den zahlen her das ist vom april 2016 und die nächste lts version kommt im april 2018 das heißt ubuntu 18.04 das wollte ich euch auch mal zeigen wo habe ich denn das ups habe ich sogar hier habe ich einfach mal test weil es installiert ubuntu 18.04 in der virtual box ist natürlich der gnome desktop denn unity wird nicht mehr unterstützt wie ihr wisst also ubuntu heißt unterstützt wird schon noch aber aber ubuntu sprich canonica entwickelt das nicht mehr weiter daher nutzen die jetzt den gnome desktop natürlich so ähnlich wie der unity desktop sollte der auch sein ich bin noch nicht ganz zufrieden also die seitenleiste der starter links finde ich schon mal recht gut was ich aber blöd finde das sind die maximierten fenster ich kann es mal zeigen so ist das fenster maximiert so ist es im fenstermodus so maximiert man dann einfach immer die zusätzliche leiste zum beispiel wenn ich den firefox browser starte ja dort eben kurz mit der urzule box grins leider nicht ganz so schnell man sieht es wenn das maximiert ist hat man eben auch im maximierten nochmal zusätzlich die titelleiste unterhalb des panels und ja die menüleiste ist auch nochmal extra da finde ich einfach nicht ganz so toll ich hoffe dass die das auch noch irgendwie hingebogen bringen unter gnome dass die maximierten fenster keine extra titelleisten mehr haben ist linux kostenlos ja linux ist kostenlos aber vorsicht linux ist lediglich das was es auf www.körner.org zum download gibt nur das was ist linux und das ist kostenlos und genau das was es dort gibt nutzt auch android zu 100 prozent das heißt android ist ein 100 prozent linux betriebssystem weil linux ist kostenlos nur das was man dann auf linux drauf baut das ist in den meisten fällen kostenlos aber nicht immer Ubuntu Linux ist kostenlos Ubuntu Linux ist kostenlos SUSE Linux ist nicht kostenlos OpenSUSE ist kostenlos Red Hat Linux ist nicht kostenlos Fedora Linux ist kostenlos also es gibt einfach verschiedene die kostenlos sind und andere nicht Linux Betriebssysteme aber der Linux Kernel selbst ist immer kostenlos aber der Linux Kernel selbst ist immer kostenlos der wird nie was kosten ja wie ein deutscher sagt was hältst du von Mint ja Linux Mint ist auch eine gute Linux Distribution keine Frage ist richtig gut ist einfach nicht mein Stil ist einfach nicht mein Stil also ich mag die Linux Distributionen nicht die oben und unten die Leisten haben das heißt weil der Bildschirm ja sowieso wesentlich breiter ist als hoch mag ich oben und unten möglichst nichts das mir den Platz beschränkt und wie unter Unity oder hier jetzt unter GNOME im Fenster den Starter links und nicht oben oder unten aber im Grunde genommen ist Linux Mint eine sehr gute Linux Distribution die nehmen einfach immer die Ubuntu Version und setzen darauf einen anderen Desktop und packen noch ein paar extra Pakete hinzu die eigentlich so nicht ausgeliefert werden dürfen nur bei Canonical ist es eben eine Forma wenn die was gegen die Gesetze machen da kann man richtig abkassieren Linux Mint das ist eine Non-Profit Organisation bei wem will man da Geld holen? ja das moderne Tuxedo Infinity Book 13 wurde von ich glaube Ubuntu Fun Forum nicht gut bewertet ja war glaube nicht so der große Hintergrund ja niemand nimmt der kleine Hallo Alex woran kann es liegen dass Ubuntu Mate 1604.3 auf dem Laptop auf dem Laptop installiert werden kann jedoch verhinderte Installation ein schwerer Fehler verursacht es kommt darauf an was für ein Fehler ist das schwerer Fehler ich weiß nicht das Problem ist einfach dass in den meisten Fällen werdet ihr ein Notebook haben das wahrscheinlich denke ich mal mit Windows ausgeliefert wurde und dann gehen immer alle davon aus dass darauf dann alle anderen Betriebssysteme auch laufen müssen aber wahrscheinlich wenn ihr einen Apple Rechner habt dann geht ihr nicht davon aus dass darauf dann alles andere auch laufen muss ja ist immer so eine Sache Linux ist einfach eine ja freie die meisten sind freie Entwickler und dann für irgendwelche Hardware Treiber entwickeln dass das alles läuft ist immer so eine Sache was das Problem mit dir jetzt genau ist kann ich nicht sagen kann sein es funktioniert kann sein es funktioniert nicht ja verschiedene bootoptionen ausprobieren bei booten kannst du auch irgendwelche speziellen bootoptionen ausprobieren das einfach mal durchtesten ob es dann funktioniert oder nicht was war da gerade in den neuen Testpunkten kann man die Leisten in den meisten Testpunkten kann man die Leisten auch ausblenden dann werden die nur eingeblendet wenn man mit der Moos in den Leistenbereich zeigt ja kann man bei manchen machen genau Bluark sagt ich mag Ubuntu nicht finde Mint oder oder Debian besser also Ubuntu basierte auf Debian nur eben haben die einiges anders gemacht zusätzlich gemacht geändert vor allem den Unity Desktop finde ich richtig richtig geil da hier mein maximaler Desktop Platz ausgenutzt wird natürlich ist es kein Windows ähnlicher Desktop aber ich finde den richtig richtig geil leider wird der nicht weiterentwickelt und geht nicht mehr weiter das ganze wird jetzt mit Gnome gemacht das seht ihr hier Ubuntu 8 1004 läuft hier schon als Alpha Version in der Virtualbox da haben die auch den Starter jetzt links hin gemacht aber wie gesagt die maximierten Fenster haben immer noch die blöden Leisten oben die Menüs sind immer noch extra in der Extra Leiste finde ich nicht so toll man sieht es hier zum Beispiel im Terminal Terminal ist jetzt maximiert ich habe unter dem Panel noch die Titel Leiste in der steht eigentlich nichts das sind nur die Knöpfe die waren früher bei Unity da oben mit drin und dann habe ich hier nochmal eine extra Menü Leiste das heißt die zwei Zählen nehmen nur den Platz weg finde ich einfach nicht so praktisch fand ich unter Unity wesentlich besser da hier der Platz wesentlich besser ausgenutzt wird und Unity war einfach geplant ein Desktop für alle Geräte fürs Smartphone fürs Tablet für den Desktop den selben Desktop äh ja für alle Geräte den selben Desktop fand ich richtig gut ich habe ja auch ein Ubuntu Tablet ich habe ein Ubuntu Smartphone wie ihr wisst tadaaa mein altes Ubuntu Smartphone mein altes Ubuntu Tablet da liegt da drüben war eine geile Idee nur kam es bei der Industrie irgendwie nicht so an alle Hersteller haben es bisher versucht Microsoft hat es versucht die sind gescheitert Android ja die haben es auch versucht die sind auch noch ein bisschen dran vielleicht klappt es bei denen mal ich weiß nicht aber ich denke mal das ist auf jeden Fall die Zukunft ein Desktop für alle Geräte und dann wird es auf jeden Fall kommen warum Linux besser was hat Linux eine Active Directory nicht dass ich wüsste was ist eine Active Directory das ist von Windows gibt es unter Windows nicht ah unter Linux nicht ne was ist Devian keine Ahnung was ist Devian was ist Devian kenne ich nicht Devian meinst du Debian 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 ist eine Linux Distribution ne Linux Distribution auf der Ubuntu basiert I love Mr. Gnome so so miau hallo hi hallo BioDeutsch BlueArx sagt ich weiß ich mag die Philosophie von Canonical nicht also ich finde die Philosophie von Canonical richtig richtig gut finde ich geil weil was machen die also im Grunde genommen hat bisher Mark Shuttleworth das alles aus seiner eigenen Tasche finanziert der hat Millionen in das Projekt gesteckt aus seiner eigenen Tasche aus seinem eigenen Geld das finde ich schon mal richtig gut und Ubuntu ist eine sehr sichere Linux Distribution die läuft sehr zuverlässig die läuft top also habe ich keine Probleme auch als Server läuft Ubuntu wirklich perfekt ich sehe nichts schlechtes an Canonical in der Philosophie die Philosophie von Canonical ist einfach von Ubuntu dass man sich gegenseitig helfen soll das finde ich richtig gut es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten mehr oder weniger so auf die Art was ich war letzte Woche in Berlin und war in einem Starbucks dort saß ein Mark Forster-Klon mit einem Macbook mit Ubuntu Aufkleber ein Hipster-O-Meter wäre fast Explo... echt cool geil 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 ein Mark Forster-Klon ja genau Dennis sagt Debian ist eine Linux Distribution mit vielen sehr stabil von vielen sehr stabil optisch nicht so geil und für Einsteiger eher weniger zu empfehlen also Debian basiert glaube ich auf meistens auf Gnome mit dem Gnome Desktop ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber die Community das heißt die Gemeinschaft hinter Debian vielleicht hat sie sich zwischenzeitlich gebessert die fand ich früher richtig bekackt wenn man da irgendwelche Fragen hatte als Einsteiger oder wenn man es einfach nicht wusste kann man nur dumme Antworten read the fucking manual lässt es selber nach wenn du das nicht kannst blick bei Windows und solche dummen Sprüche das fand ich natürlich nicht so gut Ubuntu selbst ist eine geile Distribution äh nicht Ubuntu Debian selbst richtig geil richtig stabil keine Frage nur die die Gemeinschaft hinter fand ich nicht so toll ups so Leute abonniert mich schnell jetzt ja welches buch kannst du empfehlen um Linux zu erlernen ja wie du siehst hier hinter mir ich habe jede Menge die bücher zu linux oje was habe ich denn da viele viele bücher moment also nur mal grundsätzlich in heutigen zeit braucht man eigentlich gar nicht mehr so für bücher aber guck mal zum beispiel hier linux linux das buch aber das ist leider schon etwas alt edition 1999 also nicht mehr das neuste also seit ich eigentlich internet mit flatrate habe da brauche ich keine bücher mehr kaufen weil man kann wirklich alles im internet nachlesen das hier ist glaubt noch nicht ganz so alt linux server mit debian das ist glaubt erst ein paar jahre alt aber das ist ja von 1999 also 17 jahre 18 jahre halt aber seit ich einfach internet habe eine flatrate man kann im prinzip alles im internet nachlesen man braucht eigentlich keine keine bücher mehr wie früher im forum wurde oft kopfler im fall kopfler genau kopfler macht richtig gute linux bücher da gibt es keine frage kopfler kopfler macht richtig geile linux bücher moment da muss gar mal kurz up checken mal gucken was da hat moment 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 ich muss gerade suchen moment kopfler Linux, genau da haben wir es doch schon, hier, hier, Kofler, das umfassende Handbuch, Linux. Also das ist auf jeden Fall ganz ordentlich, denke ich mal, der macht recht gute Bücher für Linux. Erschienen im Oktober 2017, jetzt bestellen wir Amazon, falls das Video noch später anschaut, ich mache euch einen Link zu diesem Buch unter das Video, Moment, muss ich gerade mal kurz gucken, bei Amazon bestellen, bei Amazon bestellen und dann, wo ist denn der, Moment, hier ist der Link zu Amazon mit dem Kofler Buch, wer das über diesen Link bestellt, kriege ich wohl eine klitzige kleine Provision, aber arg viel wird es nicht sein, das Buch kostet 49,90, naja, wenn es ein Euro ist, wird es wahrscheinlich viel sein, wenn überhaupt. Volker Fratscher, hallo lieber Alex, hallo Volker, Michael sagt, hab seit 4 Ubuntu, hab seit 4 Ubuntu, was, seit du 4 bist oder seit 4 Jahren, 4 Tagen, 4, keine Ahnung, bin voll begeistert, dank YouTube habe ich schon ziemlich viel gelernt, ja, finde ich auch, also seit es so YouTube gibt, kann man sehr viel dort lernen unter Linux für Linux Wochen, seit 4 Wochen hast du erst Ubuntu, ja, dann bist du noch recht neu, aber man kann wirklich sehr, sehr viel lernen auf YouTube, da gibt es sehr viele Videos, unter anderem meine Videos, ich glaube 100, 100, was habe ich denn YouTube Videos, weiß gar nicht, also weit über 100 Videos auf jeden Fall. BlueArts hat, wie war das damals nochmal mit Ubuntu und Amazon, da gab es doch mal Kritik, ja, das war so, dass, das früher, ich weiß nicht, ob das immer noch haben, muss ich grad mal gucken, früher hatte auf jeden Fall Ubuntu, genau, das haben die ja immer noch, guck, ich habe hier Ubuntu 1604 installiert und die haben hier einen Link zu Amazon, das ist die Kritik, das heißt, wenn du jetzt hier über diesen Link etwas bestellst, bei Amazon, dann bekommt Canonical eine klitzekleine Provision davon, man, schlecht ist es doch das nicht, denn ihr habt doch alle Ubuntu kostenlos, im Prinzip zahlt doch keiner etwas dafür und wenn man dann über diesen Link was bestellt bei Amazon und Canonical bekommt eine kleine Provision, weil es eben den Link hier schon mit ausliefern, findet das gar nicht so schlecht, denn die Leute arbeiten alle für euch kostenlos, das heißt, das meiste finanziert Mark Shuttleworth aus seinem Privatvermögen, von dem her, warum beschwert ihr euch dann überhaupt, also ich finde das nicht toll, wenn man sich darüber beschwert, über die paar sind und deswegen, ich habe euch den Link auch gesetzt, unter meinen ganzen YouTube Videos habe ich immer Links zu Amazon, wenn man über diesen Link was bestellt, bekomme ich auch eine kleine Provision, sind auch nur wenige Cent, viel ist das nicht, aber hilft einfach weiter mit diesem Kanal. Hans Günther sagt, komme mit LibreOffice besser zurecht als mit Microsoft Office, ich auch zwischenzeitlich, weil ich habe schon seit vielen, vielen Jahren kein Microsoft Office mehr genutzt. Michael sagt, habe fast alle Filme von dir durch, echt? Hey, geil, dankeschön. Finde ich cool. Michael Ziegner sagt, ich bekomme Office über die Firma für Mitarbeiter 9,90 Euro. Im Jahr stimmt ja, Microsoft hat jetzt das neue Bezahlmodell, du musst es jährlich bezahlen, nicht mehr einmalig, sondern jährlich. Aber 9,90 Euro, und wenn das, ich weiß nicht, 100.000 oder eine Million Leute nutzen, dann verdienen die ganz ordentlich Kohle damit. Florian Müller sagt, welches E-Mail Programm nutzt du? Ich nutze Thunderbird. Thunderbird, ganz genau, Thunderbird, das ist Standard E-Mail Programm. Wenn du im Aktivitätsmenü in die Suche etwas eingegangen hast, bekommst du auch Amazon Sucher Ergebnisse angezeigt, konnte man aber ganz offiziell abschalten ohne Tricks, da war ganz normal abzuschalten. Fand ich jetzt nicht sonderlich schlimm. War kein verstecktes Ding, wo man lang suchen musste, sondern konnte man einfach abschalten. und ist zwischenzeitlich nicht mehr drin. Läuft SAP eigentlich auch in Ubuntu? Keine Ahnung. SAP habe ich noch nie genutzt, also SAP ist nur ein eigenes System, oder? Wenn bei einem Windows Rechner ein Amazon Icon voll installiert ist, denkt sich kein Mensch, was stimmt, dann ist das vollkommen normal. Ist halt so bei Windows. Nur bei Linux alle, oh ist das schlimm, da verdient jemand was dabei, da verdient einer Geld. Oh um Gottes Willen ist das schlimm. Finde ich nicht so gut. Netflix 64 bei uns laufen auf der Arbeit alles Sachen auf Windows. Ja, sind einfach, das ist einfach so. Weil, ich habe es vorhin gesagt, Windows wird kostenlos an die Schulen verteilt. Die Schüler lernen dort Windows und was man gelernt hat in der Schule, nutzt man einfach auch in der Forman. Die Kritik besonders in der Privatsphäre. Ja, Privatsphäre. Finde ich nicht schlimm. SAP ist plattformunabhängig. Keine Ahnung, mit SAP habe ich noch nie was gemacht, noch nie gearbeitet. Bio-Deutscher, diese ganzen Windows-Trolle hier im Chat, habt ihr nichts sinnvolleres in eurer Freizeit zu tun? Ne, haben die nicht. Die Windows Anhänger, die trollen immer umher, die machen immer Stress. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber, sollen sie machen, wenn sie sich freuen. Die können eben nichts anderes. Die haben Windows gelernt, wollen nichts anderes mehr dazu lernen. Wollen sich nicht weiterbilden. Einmal gelernt und das sind die geistigen Rentner. Einmal gelernt, nichts mehr dazu lernen. Geistige Rentner, nennt man die genau. Die sind schon mit 10 in der Rente, wenn sie nichts mehr dazu lernen wollen. Ja, LibreOffice ist einfacher und kostenlos und viel kleiner. LibreOffice, ja auf jeden Fall. LibreOffice kostet nichts. Ich komme super mit zurecht. Einige Formeln, die ich betreue auch. Ich finde LibreOffice auch wirklich gut. BSD Tutorials. Und dann kommen noch die BSDler und Lester ebenfalls über die Linux Nutzer. Hi, BSD Tutorials. Ne, also, ich glaube du bist schon ganz ok. Ich kenne dich ja auch aus den Livestreams von, äh, von, wie hieß der nochmal? Du weißt schon was ich meine, wenn du kurz im Livestream warst bei ihm. Ich denke, du bist nicht so anti-negativ, anti-Linux eingestellt. Also, BSD finde ich auch eine richtig geile Distribution. Also, das heißt, ein geiles Betriebssystem. Für BSD richtig, richtig gut. The Beast, hab seit zwei Wochen Ubuntu und bin total begeistert. Ich hab schon seit zehn Jahren Ubuntu und bin noch viel mehr, über zehn Jahre nützlich Ubuntu. Und bin noch viel mehr begeistert. Oder doch, zehn Jahre, ne, ne stimmt doch gar nicht. Es sind noch gar keine zehn Jahre. Es sind erst acht, neun Jahre. Acht oder neun Jahre, sowas, ja. BlueArg, ich möchte selbst entscheiden, wem oder wem ich etwas spende. Deswegen finde ich den Ansatz von Canonical nicht gut. Na, wenn du selbst entscheiden möchtest, wem du etwas spendest, dann darfst du einfach die Links nicht benutzen. Das ist ja keine Spende, in dem Sinn. Sondern einfach eine Verkaufsprovision. Und ich mag es ja selbst bei mir. Ich habe auch Amazon Links unter meinen Videos. Wenn man über die Links etwas bestellt, bekomme ich auch eine kleine Provision. Aber, pfff. Das ist, ah. Wenn da man ab und zu einer etwas bestellt, das ist sehr, sehr wenig. Also, das, da wird man nicht recht davon. Da kann ich nicht mal Mittagessen davon kaufen. Vieles ist das absolut nicht. Hast du schon mal mit einem Raspberry Pi gearbeitet? Ja, habe ich. Wir Deutscher, in welcher Ecke von Bavi wohnst du? Ich bin geburtig aus dem Schwarzwald. Ich komme aus der Gegend von Balingen. Ich habe ein Medium Laptop mit i7 CPU und nutze seit fast einem Jahr Ubuntu Linux 1604 und bin voll zufrieden. Geil. Läuft also. Irgendwie seid ihr beide blöd. Ich nutze Linux, aber Windows funktioniert nebenher fehlerfrei. Wieso bin ich blöd? Weiß nicht. Alex, was hältst du vom Nexus 5X? Was halte ich von dem? Ist halt ein Smartphone. Aber, ich habe mir schon überlegt, ob ich es kaufen soll. Aber nicht das 5X, sondern das Nexus 5. Denn das Nexus 5X wird nicht unter Ubuntu laufen. Also mit dem Ubuntu Nachfolger. Mit Ubi Ports. Ich habe mir das S7 gekauft. Ja, Galaxy S7. Da läuft leider kein Ubuntu drauf. Aber, soviel ich gehört habe, will Samsung irgendwas machen. Das dort Ubuntu oder verschiedene Linux Distributionen irgendwie auf der Hardware laufen sollen. Dass man das dann auch an einen externen Bildschirm anschließen kann und dann einen vollwertigen PC hat. Ich lasse mich mal überraschen, was die rausbringen. Ich habe mich lang genug, jahrelang mit dem Ubuntu Handy rumgeärgert. Es ist zwar ein geiles Handy, geil. Läuft auf Ubuntu. Also Ubuntu Touch läuft auf dem Handy. Aber ist eben super, super langsam. Das BQE 4.5. Das war das erste Handy mit Ubuntu drauf. Also richtig Ubuntu drauf. Und das ist eben super, super, super langsam. Wie sicher hältst du Ubuntu? Kannst du dir vorstellen, dass Canonical mit Geheimdiensten zusammenarbeitet? Wie wollen die mit dem zusammenarbeiten? Das ist alles komplett Open Source. Das liegt Quellofen vor. Das Millionen von Leuten sehen das, kontrollieren das. Was willst du da an Code verstecken? Mit Geheimdiensten zusammenarbeiten? Macht sich schlecht. Wie findest du den neuen Firefox? Ich nutze eigentlich den Firefox nicht, aber das ist der hier. Sieht man den? Ja. Ist das der neue? Ich nutze über Firefox. Firefox 57.01. Ich nutze eigentlich immer Iridium Browser und nicht den Firefox. Iridium Browser basiert auf Chromium. Das ist der, den ich eigentlich standardmäßig zum Browsen benutze. Firefox 9, den habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Nicht du Alex. Es gibt ein Problem. Nehmen wir ein Kind und eine Frau, die sich nicht mit Technik auskennt und ein Laptop mit Linux nutzen will. Abgesandt für Tuxedo bleibt nicht mehr viel. Problem. Ja. Das ist eben das Problem, ja. Wenn Microsoft so stark ist in der Werbung, das ist das Problem, genau. Doch auf Nexus 5X läuft meines Wissens auch auf Ubuntu Touch. So wie auch auf der Nexus 4. Also auf dem Nexus 5 läuft es, auf dem Nexus 4 läuft es auch. Also UbiPorts, der Nachfolger von Ubuntu Touch läuft auf denen, aber auf dem Nexus 5X glaube ich nicht. Ich kann mal kurz gucken. das kann ich doch gleich mal professionell hier. Ubuntu 18.04 im Browser starten. Ubuntu 9.04 im Browser ustЬ 牛iharrieder betrachten so. UbiPorts 3.04 im Browser abseydendo. Web-Modeln. Und das sollte Ubuntu Touch instituts den und da wanna die oppausen Verphone 2 und Nexus 5. Also nicht das 5x, sondern das Nexus 5. Und dann das One Plus One, Adder Devices, also auf denen läuft es auf jeden Fall. Ob es auf dem Nexus 5X, weiß nicht. Ich schätze mal, da wird dann nicht alles funktionieren. Das Booten wird wahrscheinlich funktionieren, aber ob dann die Kamera funktioniert, ob dann alles andere funktioniert, USB, Bluetooth und so weiter, WiFi, weiß ich nicht. Worauf muss ich achten, wenn ich eine Linux Distribution suche für meine täglichen Anwendungen? Surfen, YouTube, Stream, Daten kopieren. Da kannst du im Prinzip jede benutzen. Dennis sagt, Ubuntu einem eingerichtet ist besser als Windows. Bestes Beispiel, Rentner bekommt dauernd Werbung von seiner Anti-Vir-Software und er kauft es letztendlich. Und Ubuntu funktioniert einfach. Ja sicher, da brauche ich keine Anti-Viren-Software, da brauche ich keine Firewall, da brauche ich nichts. Ich habe seit Jahren keine Anti-Viren-Software. Ich lasse es am Tumor just for fun rüberlaufen, aber es hat noch nie irgendwas gefunden. Da gab es noch nie Probleme. Das läuft einfach, weil die komplette Systemarchitektur von Grund auf eine andere ist wie in der Windows. Da ist man einfach wesentlich sicherer unterwegs. Ihr habt alle Raspberry Pies. Also ich habe ein Raspberry Pi. Habe ich ja genau in der Anonymy Books. Das läuft auf Raspberry Pi. und sonst habe ich mir mal eine Bananapie gekauft. Moment. Bananapie. Bananapie. Wo ist das denn? Bananapie, Bro. Aber ich habe das nicht wirklich schön gemacht. Nein, das heißt nicht viel gemacht. Das ist übertrieben. Es ist noch original verpackt und verschweißt. Ungeöffnet. Da habe ich wirklich das noch zu. Da geht nichts raus. Ja, war einfach mal so ein Spontankauf. Aber hatte noch nicht wirklich Zeit oder auch keine Lust da großartig was mitzumachen. Womit formatiert man einen USB Stick, wenn er Dateien größer wie 3GB speichern soll? FAT32 fällt weg und NTFS ist Windows. NTFS kann ja auch Linux lesen und schreiben. Also das würde auch funktionieren. Oder sonst kannst du ganz normal unter dem Linux Dateisystem mit X4 formatieren. oder mit whatever. Ja, mit dem EXT Dateisystem würde ich das formatieren. Funktioniert unter Linux oder NTFS. Funktioniert unter Linux und unter Windows. Linus boom. Hallo Linux boom. Jetzt quatsche ich schon so lange mit euch. Hatte mir hier vorne einen tollen Kaffee eingeschenkt und jetzt ist der kalt. Wie lange bin ich denn eigentlich schon online? Wie lange läuft denn der Stream schon weiß ich gar nicht. schon recht lange. NTFS funktioniert weiß ich ist aber eben keine Linux aufbindung. Genau ist keine Linux aufbindung. Ja NTFS ist das ist die Windows aufbindung. 58 Minuten bin ich schon live. Echt ey cool. Wow. Wie gesagt war einfach ein ganz spontaner Livestream. Weil ich einfach gerade Bock dazu hatte. Und ich weiß auch es gibt wieder tausend Leute. Nicht tausend aber einige viele Leute die sich wieder tierisch aufregen. in die Kommentare schreiben und abkotzen. Livestream ohne Plan ohne irgendwas. Ja ist einfach so. Dann guckt es euch einfach nicht an. Ich finde es immer schlimm. Die ganzen Leute die sich beschweren. Alle denen mein Content nicht gefällt. Denen meine Videos nicht gefallen. Ganz wichtig. Meinen Kanal nicht abonnieren. Und falls ihr ihn abonniert habt. Das Abo auf jeden Fall wieder lösen. Dann wird alles gut. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich hoffe dass ich möglichst viele Abonnenten habe. Die sich auskotzen. Sondern die die es anschauen. Denen soll es auch gefallen. Lars Reis guten Abend. Michael Billis guten Abend. Go Damian. Gruß aus dem Schwabenland. Hallo auch Gruß aus dem Schwabenland. Go Damian. Woher kommst du aus dem Schwabenland. Michael Horn. Hallo Alex. Wollte dir mal danken. Du warst einer derjenigen. Der mich animiert. Zu Linus zu. Der mich animiert hat. Zu Linus zu gehen. Komme eigentlich aus der Apple Welt. Apple wurde mir aber langsam zu teuer. Apple ist ein gutes Betriebssystem. Keine Frage. Aber richtig teuer. Genau. Weil einfach bei Apple brauchst du auch die Hardware dazu. Also laut Apple Lizenzbedingungen. Darfst du Apple nicht auf andere Hardware. Wie auf einem Mac Rechner installieren. Darfst du nur auf Apple Hardware installieren. Gibt zwar auch die Hackintosh. Das sind die Macs auf andere Hardware. Darf man aber aus Lizenzgründen nicht. Brackenheim bei Heilbrunn. Ja. Kenne ich. Brackenheim bei Heilbrunn. Kenne ich. Südlich von Stuttgart aus Balingen. Limeo. Limeo. Livestreams ohne Plan sind die besten. Ey geil. Endlich mal jemand der das auch so sieht. Sind die besten. Wenn mit über 50 Zuschauern keine Themen zustande kommen. Na dann gute Nacht. Also läuft doch eigentlich. Guck du mal. Ich habe jetzt acht und genau. Oben steht 58 Zuschauer. Sag ich gerade habe ich. Und ihr schreibt doch alle gegenseitig. Wir haben eine gute Unterhaltung. Ist doch lustig. Ich finde es unterhaltsam. Alex. Also deine Urlaubsvideos waren mal extrem unnötig und sinnlos. Bitte verschone uns in Zukunft damit. Na. Im Grunde genommen. Wenn es dir nicht gefällt. Wieso schaust du die dann an? Wenn dir irgendein Video nicht passt. Irgendwas nicht gefällt. Schau es dir doch einfach nicht an. Dann ist alles gut. Ich zwinge dich doch keiner dazu. Du musst doch ein Youtube Video nicht anschauen. Alles cool. Außerdem habe ich da auf meinem Linux Kanal nur zwei Videos gemacht. Einmal das Tschüss Video. Und einmal das, dass ich zurück bin Video. Auf meinem privaten Kanal. Also auf meinem zweiten Kanal. Vlog.WLBI Dort habe ich jede Menge Urlaubsvideos, Livestreams gemacht. Auf jeden Fall jede Menge Livestreams. Und wie gesagt. Wenn es dir nicht passt, was ich hier auf meinem Kanal mache. Einfach nicht abonnieren. Einfach nicht anschauen. Ganz einfach. Zwing dich nicht dazu. Um Gottes Willen. Zwing dich nicht dazu. Um Gottes Willen. Also. UB Ports läuft schon recht gut. Denk ich mal. Julian sagt. Ist eine gute Sache der Livestream. Den gehst du auf unsere Themen ein. Da ist aber. So spontan ist bin ich leider gerade nahezu. Nebem zu beschäftigt. Oh Gott. Wenn ich das großartig vorbereite. Ich weiß doch noch nicht was ich nächste Woche. Whatever. Was für eine Zeit. Was für eine Uhrzeit. Datum mache. Ich habe einfach gedacht. Heute Abend. Ich gehe einfach mal live. Wieso denn nicht. Ich wollte das mal ausprobieren. Genau. Das war eigentlich meine ursprüngliche Intention. Dass ich das mit dem Tipi. Tipi. Mit dem Tipi. Ausprobiere. Wie das damit denn funktioniert. Tipi. 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 Man muss ich gerade mal gucken. Moment. 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 Tipi. Genau. Genau. Also wenn irgendjemand diesen Kanal abonniert. Dann wird es auf jeden Fall im Livestream selber angezeigt. Und wenn jemand über das Tipi spendet. wird es auch angezeigt. Aber da habe ich jetzt. Noch keinen. Link. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht. Oder ist der automatische Link unter dem Video. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wie gesagt mit dem Tipi. 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 Tipi Stream. Genau. Jetzt habe ich es. Tipi Stream. Das hier. Hier. Dieser Link. Wenn über diesen Link irgendjemand spendet. Also das geht mit Paypal. Das geht mit. Sofortüberweisung. Mit der Visa Karte. Mit der Master Karte. Mit PaySafe. Und whatever. Dann wird es auf jeden Fall im Video eingeblendet. Und angezeigt. Ich würde sagen. Spendet mal einfach. Das hängt es. Aber. Ich will da niemanden zwingen. Dass er da auch mal spendet. Um Gottes willen. Das ist eine rein freiwillige Sache. Okay. Oh. Tipi Stream. Wenn ich da draufklick. Dann kommt. Page Not Found. Und warum kommt da Page Not Found. Volker sagt. Frage in der Runde. Ich habe Probleme mit Ubuntu. Es hängt. Was kann ich tun. Also ich sage mal. Das ist so eine vergleichbare Frage. Mein Auto läuft nicht. Was kann ich tun. Ich würde sagen. Erstmal Benzin einfüllen. Ne. Das ist schwer zu sagen. Mit so einer ganz pauschalen Frage. Es hängt. Was kann ich tun. Ich weiß nicht. Ich schätze mal. Ich schätze mal. Dass es irgendwie. An deiner Hardware liegt. Dass du irgendwie eine Hardware hast. Wo. Nicht sauber mit dem zusammen läuft. Wenn du Ubuntu. Startest. Dann kannst du beim Booten. Kernel Optionen auswählen. Ich weiß nicht. Ob das in der Virtual Box hier auch funktioniert. Ich glaube nicht. Oder kann ich hier Kernel Optionen auswählen. Ne. Kann ich keine auswählen. Oder doch. Oder nicht. Oder kommt da noch was. Ne. Kommt nicht. Ne. Geht nicht. In der Virtual Box geht es nicht. Auf dem lokalen Renner kann ich dann Kernel booten. Boote Optionen auswählen. Und da kann man verschiedene. Boote Optionen setzen. ACPI Off. Oder sowas. Und das mal ausprobieren. Kann sein. Dass es dann stabil läuft. Kann ich aber so nicht sagen. Einfach mal. Würde ich sagen. Einfach alle. Boote Optionen mal durch probieren. Wenn es mit irgendwas besser läuft. Dann diese fest einbauen. Dannen die Niederlöhn. Dann sollten wir er CC-z Pumpen aufbauen. Dannen die Niederlöhnung machen. Dannen die Niederlöhnung machen. Dannen die Niederlöhnung machen. Ubuntu, Ubuntu, Kern, Boot Optionen, Boot Optionen, ja das ist jetzt schon ein bisschen professioneller, wenn du hier die Boot Optionen direkt setzt, aber die kann man auch, genau hier, guck, hier kommt die Boot Optionen, das sind die, wo ich gemeint habe, das ist jetzt bei der Installation, aber die kann man auch, ich glaube, die kann man auch schätzen, wenn man das recht schon installiert hat, da die verschiedenen Optionen durchprobieren, dann kann es sein, dass es dann funktioniert, ich weiß nicht, ob ihr es im Video sieht, ich vergrößere das mal, also die hier, ACPI gleich off, dann ist alles ausgeschalten, das ist wohl, das ist die Holzhammer Methode, dann wird es wahrscheinlich laufen, aber dann kann es sein, dass der Rechner heißt, oder dass verschiedene Sachen nicht funktionieren, deswegen mal verschiedene Boot Optionen ausprobieren, unter welchen, dass es dann vielleicht besser läuft und die kannst du dann natürlich in deinen Körnel Boot Optionen einbauen und dann installiertes System einbauen, dass es dann besser läuft Niko Robert sagt, ich kann, ich kann dir auch nur danken Alex, ich bin durch deine Videos zunächst auf Ubuntu umgestiegen, dann auf Arch Linux und nun auf Gentoo, wobei die Sache mit Gentoo eventuell nicht ganz so schlau war, nicht so nicht, Gentoo, da musst du eben alles aus dem Source kompilieren, oder? Wer genug Zeit hat und als Spielerei finde ich das ganz ganz okay, aber wenn ich effektiv arbeiten möchte, ist es für mich nicht geeignet, denn ich habe nicht so viel Zeit ständig alles zu kompilieren und zu basteln, muss einfach funktionieren. Sascha sagt, Gentoo ist schon eine Hausnummer, ist absolut eine Hausnummer. Und jetzt versuche dich auch mal mit Linux, an Linux from scratch, yo! Was? Dennis sagt, hast du einen Tipp, wie man sich den Aufbau vom OS besser merken kann? Der Ordner Sind ja Linux alles Ordner Wie meinst du das? Also dazu wollte ich eigentlich ein Video machen mit dem Linux Dateisystem Das ist eigentlich gerade mein Plan, Dennis. Mein nächstes Video wird ein Video zum Dateisystem unter Linux, wie das aufgebaut ist. Also ich nehme hauptsächlich Ubuntu, wie ihr es wisst. Wie das aufgebaut ist, was in den verschiedenen Ordnern drin ist, wozu die da sind, welche Dateien, wo sind Binärdateien, wo sind Textdateien, Konfigurationsdateien. Das ist eigentlich mein Plan für mein nächstes Video, dass ich das Ganze erkläre, wie das ganze Dateisystem unter Linux, bei mir eben Ubuntu Linux aufgebaut ist. Es gibt kleine minimale Unterschiede von Ubuntu Linux zu anderen Linux Distributionen, aber das ist nur minimal. Ich werde das dann auf jeden Fall alles erwähnen. Wie mehr, ich bin mit Kubuntu sehr zufrieden. Ubuntu plus KDE Desktop gleich Beste. Ja natürlich, keine Frage, Kubuntu, ja einfach Ubuntu mit KDE Desktop. Finde ich alle gut, das ist einfach Geschmackssache. Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, wie auch die alle heißen, oder Linux Mint mit dem Cinema Desktop. Warum Linux besser ist, was war das letzte Windows, was du benutzt hast? Was ich benutzt habe, also ich habe auf Windows 10 auch schon gearbeitet, aber nicht wirklich aktiv. nur mehr zum Testen oder wenn ich mal was machen musste auf einem anderen Rechner. Aber hier bei mir auf dem Rechner war das letzte Windows, was ich installiert hatte. Windows 7 hatte ich mal installiert, ja. Windows 7 hatte ich noch installiert. Aber Windows 7 habe ich eigentlich auch nicht mehr so aktiv genutzt. Das war nur eigentlich installiert, obwohl ich genutzt habe ich es auch nicht. Dennis sagt, es ist, es ist ja alles sehr kompliziert und sobald ich irgendwo ein Problem habe, fange ich an zu googeln. Statt zu denken. Geht mir oft auch so, ganz genau. Google ist das neue Gehirn, oder? Geht mir oft so, habe ich noch ein Problem. Kurz Google ist mein Freund und schon findet man das. Wobei ich Google eigentlich nicht nutze, sondern ich nutze immer, wie heißt die Suchmaschine? Startpage. Startpage nutzt ja auch Google, aber eben die Ergebnisse von Google, aber eben anonym. Also das hier. Startpage.com, genau die diskreteste Suchmaschine der Welt. Wenn ich hier was suche, teste. Das sind die Suchergebnisse von Google, aber eben anonymisiert. Diese Suchmaschine nutze ich. Ich nutze Google nicht. Oder DuckDuckGo heißt die, glaube ich. mit DuckDuckGo. Und und Ne, mit G. DuckDuckGo heißt doch die Suchmaschine. Gibt es nochmal eine, und doch mit ZC. DuckDuckGo, genau. oder diese hier ist auch anonym ist auch eine sehr gute suchmaschine ich glaube ich bin mir jetzt nicht ganz sicher sind es auch die suchergebnisse von google oder von der anderen suchmaschine also die suchergebnisse von den bildern die sind auf jeden fall nicht von google das weiß ich aber das hier bin mir jetzt nicht sicher wo die das her haben die ist auch sehr gut dac dac go oder startpage.com und da unter startpage kann man einstellen sucheinstellungen suchsprachedeutsch schnittstellensprache deutsch und dann werden die ganzen deutschen suchergebnisse angezeigt finde ich eigentlich recht gut und das habe ich als standard suchmaschine eingestellt ja hier jetzt nicht weil das nur eine testinstallation ist aber auf meinem produktivrechner wenn ich hier in der in der adresszeite was eingabe die eingabetaste drücke wird das automatisch über startpage.com gesucht und dann die suchergebnisse angezeigt dennis sagt hast du bei der hardware vorher geschaut ob sie von ubuntu vollständig unterstützt wird also den rechner den ich jetzt nutze ist ein tuxedo rechner der wird auf jeden fall von linux 100 prozent unterstützt denn tuxedo ist eine forma die ihre rechner schon standardmäßig mit linux voll installiert ausliefert meine vorherigen rechner habe ich nicht kontrolliert haben aber alle funktioniert also der andere rechner den ich euch gezeigt habe der neo den habe ich schon kontrolliert habe ich gesagt beim kaufen leute hört zu wenn der unter linux nicht funktioniert bringe ich ihn wieder zurück und haben wie gesagt ja alles okay mach mal hat aber funktioniert wie gesagt läuft so unter linux hans günther sagt lobuntu hat man alles ein gigabyte ram notebook gerettet win 7 ging überhaupt nicht mit 1 gigabyte ram das glaube ich das sollte aber unter lobuntu problemlos funktionieren ja jörg west die benachrichtigungsglocke ist an ups schau mir wie kann man älteren leuten linux erklären ich verzweifle langsam ich weiß nicht wie soll man das erklären wie erklärst du den älteren leuten windows ist im prinzip das gleiche also mein vater ist jetzt 76 75 der nutzt auch nur linux auf seinem rechner da kommt damit hervorragend zurecht denn es sagt wie hast du es getestet ob und vollständig unterstützt wird na tuxedo computers liefert ja ihre rechner schon voll installiert mit linux aus und das ist eine firma die nur linux die die auf linux spezialisiert ist und da funktioniert einfach alles also ich hatte noch nie ohne welche probleme das ohne etwas nicht funktioniert wlan funktioniert grafik funktioniert touchpad funktioniert tastatur bildschirm festplatte booten alles funktioniert sound funktioniert netzwerk stecker funktioniert mein externer bildschirm funktioniert sound ausgaben funktionieren also funktionieren also ich wüsste nicht dass sowas nicht funktioniert alex wie bekomme ich linux auf ein notebook das uefi will immer windows das kann man doch oben ausschalten das uefi das kann man auch in bios ausschalten dass das dass das uefi abgeschalten ist einfach dort abschalten dann soll das funktionieren in meinem alten laptop hat und tue meine wlan antenne zum funktionieren gebracht sehr gut nutzt du stream seiten mit kinotoy teo oder netflix und kone nutze ich nicht nutze ich nur youtube als stream seiten etwa denn ist dein laptop groß und verstehe ich nicht lars jammer sagt lars du musst ein 34 bit image mit uefi nutzen also ja auf jeden fall ob und du es sollte eigentlich mit uefi keine probleme haben ein 34 bit image auf jeden fall protect your id wie mir diese windows linux vergleiche auf die nüsse gehen es ist nicht das gleiche nein ist nicht das gleiche linux und linux ist ein körner und windows ist ein betriebssystem im grunde genommen und ein linux basiertes betriebssystem ist das ganz anderes wie windows klar keine frage ist eben ein betriebssystem für den computer aber ist ein anderes betriebssystem ist genau das gleiche wie in mac und windows ist eben ein komplett anderes betriebssystem wobei mac und also apple mac os x os x 10 oder wie die heißen so ähnlich sind die linux die sind ziemlich nah verwandt da apple auf 3bsd basiert und ganz weit von windows weg ist ja genau denn ist sagt das richtig uefi auf legacy umstellen genau im bios uefi auf legacy umstellen dann sollte das auf jeden fall funktionieren weil es sagt auch wolle will es wissen die frage ob du das unterstützt bezieht sich auf den laptop hinter dir also diesen den laptop von meiner frau ja die nutzt denn schon die nützten schon seit wann haben wir den gekauft 2000 ich bin mir nicht ganz sicher 2009 oder 2010 und darauf läuft ubuntu 1604 problemlos also ich hab da nichts getestet einfach installiert und es lief ich hatte da noch nie probleme dass irgendetwas nicht läuft aber meine frau nutzt es ja funktioniert einfach alles also ich habe nie gesagt dass ohne etwas nicht geht und ich habe auch nie irgendwas gesehen was nicht funktioniert hat also ton funktioniert bild funktioniert maus externer monitor kann man anschließend funktioniert habe ich schon getestet ja hier hdmi anschluss funktioniert vom monitor usb funktioniert netzwerk stecker hat funktioniert wlan funktioniert weil was will ich mehr testen funktioniert einfach johann ziegler guten abend guten abend johann lasse ich werde mal test mit ubuntu 17.10 ist eine zwischenversion ist mal zwar nicht eine rein entwickler version aber nicht so sonderlich stabil also ich würde mir die empfehlen wenn du schon neu einsteiger bist probierst mit ubuntu 1604 ja einfach 1604 sind die lts ist eine lts version die auf stabilität und zuverlässigkeit ausgelegt ist die läuft auf jeden fall super problemlos ich nutze es bei mir auch noch aktuell als produktiv system ubuntu 1604 ist einfach stabil läuft ich installiere man nicht jedes halbe jahr eine neue linux distribution johann sagt mac os nicht os x ja mac os x sagt nennen für die 10 für die 10er version die apple nutzer outen sich johann sagt ja bis vor zwei jahren dann back zu linux jahr mir sagt ich nutze nur ein ipad sonst überall linux installiert ja egal ja wobei wie gesagt ipad passiert auf apple ist auch nicht so weit von linux entfernt lars ok danke dann nämlich 1604 ja würde ich dir empfehlen sowieso als anfänger als neuen steiger und das läuft einfach wesentlich stabiler da wirst du weniger probleme haben ich kenne es einfach von den neuen steigern wenn die so eine zwischenversion nutzen das funktioniert nicht jedes funktioniert nicht hier hakt dort hakt was muss ich machen was muss ich tun und bei 1604 es läuft einfach viel stabiler viel zuverlässiger ja würde ich auf jeden fall empfehlen was 88 685 wie bist du eigentlich zu linux gekommen oh das ist schon sehr sehr länge her das war 1900 97 98 97 macht man moment ich schaue sagst du gleich das war meine erste linux distribution war suse linux 5 1 von november 1997 also seit ende 1997 nutze ich und dort bin ich zu linux gekommen da gab es früher einen chat den swoll chat von südwest online das war damals ein internet service provider über den ich mich eingewählt habe in meiner wählverbindung damals gab es noch keine dsl oder sowas und dort im chat war einer drin und der hat auch linux genutzt oder hat linux genutzt und der hat mich irgendwie drauf gebracht und der hat gemeint ja kauft ihr diese linux distribution und die habe ich damals noch gekauft also richtig als bestellt mit dickem fettem handbuch wie du siehst und cds und eine boot diskette zum starten weil der renner damals noch nicht über cd gebootet sondern da muss man über diese diskette booten und dann gab es hier die cds um das zu installieren 1 2 3 4 4 cds um das zu installieren ja und so bin ich einfach zu linux gekommen und dann habe ich viele jahre susi genutzt und dann irgendwann mal bin ich zu ubuntu gekommen weil das einfach viel einfacher funktioniert viel besser dort habe ich weniger pasteleien installieren und funktioniert also ich bin von ubuntu absolut begeistert da gab es wohl da gibt es wohl auch andere meinungen von leuten die sagen finden sie nicht so gut ich finde es geil ja jedem seine eigene meinung johann sagt also ich habe jahrelang mal wieder mal ubuntu mal minz hüse alles mögliche so wird jetzt seit einem jahr mit arzt klappt es super cool ja ich habe auch zwischendurch mal ich weiß nicht 1 oder 2 ich glaube zwei jahre lang fast habe ich free bsd genutzt habe ich auch noch da genau ah dickes fettes buch mr bsd tutorials free bsd habe ich auch genutzt mal lange auf dem rechner aber das schon lange lange her was war das von der version oh third edition free bsd 4 disks cd umset naja hat 109 euro gekostet das buch hundern nicht euro d mark 109 d mark 109 d mark für so ein buch mit free bsd ja wie geil ist das denn hier cd aus dem buch 3 bsd 3.4 also lange 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 ist das her und 3 bsd ist richtig richtig geil rennt auf jeden fall sehr gut extrem stabil top top ist eben dort wie ich finde die software auswahl noch beschränkter als unter linux und ja damals war die community dort die gemeinschaft auch nicht so wirklich nett aber naja zwischenzeitlich bin ich bei linux und da bleibe ich auch ja laus hat jemand erfahrung mit ubuntu basierten smartphones laus ja ich habe erfahrung damit mit diesem hier mit meinem ubuntu ubuntu touch smartphone ja hier ist ubuntu drauf genau hier sieht man es an der seite ein starter von ubuntu genau allerdings ist es jetzt hier nicht mehr ubuntu sondern ub parts denn ubuntu selber spricht Canonica entwickelt das ja nicht mehr weiter, sondern die UB-Ports Leute entwickeln das weiter. Ich habe das lange genutzt als mein einziges, alleiniges Smartphone. Ich hatte sonst keines, nur dieses. Über ein Jahr, eineinhalb Jahre oder sowas. Aber das ist einfach leistungsmäßig extrem unterste Schublade von der Hardware. Deswegen habe ich mir ein Galaxy S7 gekauft. Mit diesem Ubuntu Phone konnte ich keine YouTube Live Videos machen oder irgendwelche Videos aufnehmen, die ich dann auf YouTube zeige. Die Qualität von der Kamera ist so und orde schlecht. Das konntest du voll vergessen. Und deswegen habe ich mir das Galaxy S7 gekauft. Limero sagt, ich habe ein Nexus 5 mit Ubuntu Touch UB-Ports. Ja, ich habe mir auch überlegt, erst letzte Woche habe ich mir ein Nexus 5 kaufen soll. 109 D-Mark für das Buch, da bekommst du ja fast Windows 10. Ja, das war einfach damals. Das Buch, ein richtiger Schinken und Warnes, steht hier ein Datum drauf. Ich weiß gar nicht, was für ein Jahr das war. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange her. Ich bin jetzt ganz spontan. Kein Datum in dem Buch. Einfach mal gucken, google, wann die Ausgabe war von FreeBSD 3.4. Kann ich einmal kurz machen. DSD 3.4. Da haben wir schon Release-Informationen. 1999 wurde das herausgegeben. Also wird das Buch auch von 99 oder 2000 sein? Ne, ne, war noch vor 2. Also war auf jeden Fall von 99, genau als ich das gekauft habe. War nicht 2. War nicht 2. War 1999, war 1999 habe ich das gekauft. Also vor 18 Jahren hat es 109 D-Mark gekostet. Das dicke, fette Buch mit den CDs. Ja, allgemein die Walnut Creek Bücher sind nicht ganz günstig. Auch heute nicht. Hier, Walnut Creek Bücher sind auch heute noch nicht ganz günstig. Ich glaube, die gibt es immer noch. Und, by the way, das ist komplett alles in Englisch. Da ist nichts auf Deutsch. Das ist alles nur Englisch. Also nicht ganz so einfach. Ja, und auf Englisch so Manuals lesen. Ja, geht aber muss irgendwie gehen. Aber auf Deutsch ist es doch wesentlich einfacher. Selfie so alles ist eine Windows-Distribution für Smartphones. Ja, ist es. Jochen sagt, naja, gute Bücher kosten halt was. Auch jetzt noch. So ist es. Bücher kosten einfach Geld. Und die Leute, die die Bücher schreiben, wollen auch noch was verdienen. Gedruckt werden müssen sie auch. Geliefert werden. Der Händler will was verdienen. Ja, ist einfach so. Also, keiner arbeitet ganz für umsonst. Okay, und dann ist was gefährlich. Wenn es nicht klappt, macht man es halt nochmal. Ja, genau so mache ich es auch immer. Wenn es nicht klappt, mache ich es nochmal. Also, wenn ich mich erinnere an meine Anfangszeiten unter Linux, wie oft ich dort Linux neu installieren musste, weil ich irgendwas verbogen habe, kaputt gemacht habe, boah, einfach wieder neu installiert. Oder beim Testen mit dem Kernel-Kompilieren, also das ich am Anfang immer gemacht habe, auch vor Jahren noch, also ich meinen Kernel selbst kompilieren musste, damit meine Hardware auch richtig läuft. Oh, wie oft habe ich das kompiliert und probiert und hat dann nicht funktioniert, musste ich wieder machen, wieder neu installieren, um Gottes Willen. Und ich weiß noch, damals auf meinem, das waren Pentium 100 Rechner, Pentium 100 mit 16, 16 Megabyte RAM, ne, 32 Megabyte, hatte ich damals schon 32 Megabyte RAM. Und da einen Kernel zu kompilieren, das hat immer die ganze Nacht gedauert, am nächsten Morgen war es noch nicht fertig, bis das durchgelaufen ist. Also war richtig, richtig lang. Ja. 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 Also ich bin ja relativ oft auf YouTube, ihr wisst ja von meinem Kanal her und da werden mir an der Seite immer bei YouTube irgendwelche Vorschläge angezeigt. Unter anderem wurde mir da auch, oder wurde mir da oft immer der, der, jetzt fällt mir der Name schon gar nicht mehr ein, so ein YouTuber angezeigt, wie heißt er denn, voll der kaputte Typ, der hat gestern, ne, doch gestern nachts um drei hat er Livestream gestartet, nachts um drei hat er Livestream gestartet, und dann heute morgen bin ich irgendwie zufällig drauf gekommen, und dann war er immer noch live, laber nur scheiße, und dann irgendwie, ich hab mal nebenher eingeschlafen und hab sie auf den Stuhl gelegt und hat geschlafen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil sind wir? Wie geil ist das denn? Ich habe mir gesagt, meinst du zufälligerweise Tanzverbot? Ganz genau, den Tanzverbot, den Tanzverbot meine ich. Hast du den Livestream gesehen, oder? Hat der voll gepennt. Voll, lag der da, lag der da auf seinem Stuhl, hat sich der mit der Decke zugedeckt. Wie keines tat's denn. Na, der Tanzverbot, aber das ist schon okay. Ist irgendwie der kaputte Typ, aber alles, finde ich ganz okay. WT Rico, an den habe ich auch gerade gedacht. Ganz genau, der Tanzverbot, ist ja ein ziemlich großer deutscher YouTuber. Jochen Ziegler, ich hatte den Pentium 100 sogar mit 40 MB. Hat damals denn der MS Flight Simulator gebraucht? Echt, wow. Das war damals mein erster PC, also nicht Computer, sondern PC-Rechner, Pentium 100. Zuvor hatte ich Amiga und C64. Hans, Alex, wie alt bist du eigentlich? 25? Alex, benutzt du Bluetooth-Kopfhörer? Wenn ja, welche? Ne, ich nutze keine Bluetooth-Kopfhörer. Hab ich nicht. Hab ich keine. Hab ich keine. Ich hab eigentlich gar nichts, was mit Bluetooth funktioniert. Außer mein Smartphone kann Bluetooth, aber ich hab keine Geräte, die irgendwie mit Bluetooth funktionieren. WT sagt, aber stimmt. Andersrum. Ich hab den C64 und dann Amiga, ja genau. Ne, eigentlich C64 hatte ich erst, dann hatte ich den C128 und dann den Amiga. Genau, C64 war mein erster, dann C128 und dann Amiga. Blu-Arc, dein MIG übersteuert recht oft. Ja, kenne ich nichts dafür, weiß nicht. Hatte ich letztes Mal auch, dann habe ich es leiser gestellt. Und dann war es aber nicht mehr so laut. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht darf ich auch nicht so laut reden, dass es nicht so oft übersteuert. Hans-Günther sagt, alles klar. Ja, ich weiß noch, mein C64 damals, da habe ich dann auch gebastelt, hatte ein App-Rom-Brenner, habe ich mir eigene Speicherchips gebaut, gebrannt, mit dem eigenen Betriebssystem drauf. Da gab es damals immer die Zeitschrift C64, da konnte man immer riesenlange Listings abtippen. Das Internet gab es damals noch nicht, sondern da konnte man dann 20, 30 Seiten lang irgendwelchen ASCII-Code abtippen. Und wenn man alles richtig abgetippt hat, kam dann irgendwie ein Programm raus. Unter anderem zum Beispiel ein Betriebssystem. War richtig cool. Habe ich mir auch mal abgetippt. Für ein anderes Betriebssystem auf dem C64. Genau, aber dann schneller OMI lädt, schneller die Datenübertragung von der Datasette war dann schneller. Protect your ID, wie heißt denn der Rechner, welcher etwa die Größe von einem Videorekorder hatte und man eine CD in eine Art Hülle legen und diese in das Laufwerk stecken musste. What? CD in eine Hülle legen? Wüsste ich jetzt nicht. Also ich hatte damals eine, mein erster Rechner war ein Telespiel, hieß es damals. Das war ein Collegovision und das hätte man ausbauen können zu einem PC. Also es war eine Konsole und da konnte man dann eine Tastatur dazu kaufen und eine Erweiterung, dass es dann oben wie so ein PC war. Die Firma ging dann bankrott. Und dann habe ich mir den C64 gekauft. Genau. Ich muss mal was testen, wie das bei euch aussieht. Livestream. So sieht mein Livestream aus. Ey, geil, cool. So sieht mein Livestream also bei euch aus. Und wenn ich das dann umstelle, 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 schaltestelle, mal kurz testen. So müsste es Vollbild sein. Das ist natürlich jetzt eine Riesenverzögerung, bis das auf den Browser kommt. Ich stelle es mal wieder zurück. Ja, geil. Cool. Ich kann mal... Warte mal, Moment, Moment, Moment. Ich muss mal kurz hier in meinen Einstellungen mal gucken. Ah, Followers. Zwei Followers habe ich dazu bekommen. Habe ich schon der Statistik. Das müsste bei euch dann irgendwie angezeigt worden werden sein. Habe ich gar nicht gesehen. Da, 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 da. Da, 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 da. Lieben, wenn ich gerade... Also theoretisch sollte dann irgendwie was angezeigt werden, wer meinen Kanal abonniert hat. Wenn das jetzt alle machen, dann blitzt das hundertmal auf. Na hundertmal nicht, aber 50mal oder sowas. Dann würde mich interessieren, ob das eigentlich funktioniert. Denn eigentlich habe ich das eingestellt, dass das irgendwie angezeigt werden sollte. Hans sagt, ne geht leider noch nichts. War das jetzt gerade das, was ich gesagt habe zum Testen? Dann wahrscheinlich schon, dann geht es nicht. Subs, Checker, Super Chat. Bis zum nächsten ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie findest du Lineage OS, also ohne Google Apps? Finde ich gut, kann ich leider auf meinem Galaxy S8 noch nicht installieren. Wenn es das gibt, werde ich das auf jeden Fall sofort installieren. Denn die ganzen Google Spionage-Kack-Dings nervt mich ohne Ende. Lineage OS werde ich mir auf jeden Fall installieren, falls es dieses für das Galaxy S8 gibt. Ja, es ist ein totaler Lieblings-Kack-Dings. Es ist ein sehr guter Lieblings-Kack-Ding-Kack-Ding. Das ist ein sehr guter Lieblings-Kack-Ding. Gemir sagt, würde ich nicht machen, wenn du das Gerät im Vertrag geworben hast, warum nicht? Warum soll ich das nicht machen mit dem Vertrag? Ich habe das Gerät ja bezahlt und ich habe das Gerät gekauft, die Hardware, aber die Zeiten sind schon lange vorbei, dass ich auf eine Hardware kein anderes Betriebssystem drauf machen durfte. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das irgendwie blockiert ist auf die SIM-Karte. Johannes Glückler, na hallo Alex, hi Johannes, auch schon da, hey, ich bin schon fast, fast zwei Stunden live, geil, 1 Stunde 51, ey, nur noch 43 Zuschauer, schade. Freunden wir uns mal über 50, Blue, auch gesagt, habe es auf meinem S5 und es, und es erst ohne versucht, aber ich bin fast durchgetreten, bei dem ganzen Müll, was da drauf ist. Also ich hätte gern das Lineage OS auf meinem S8, aber ich glaube, das gibt es noch nicht. ich habe erst gestern mal geguckt, Lineage OS für Samsung, Galaxy S7, ne, hier Galaxy S7, Galaxy S8 gibt es leider nicht, S5, ich habe gesehen, auch mal gibt es eine Beta-Version für S8, aber die wollte ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Johannes Glückler, was, du hast, du winnen, was, du hast, du winnen Discord-Channel. Ja, habe ich. Discord habe ich mal gemacht, aber auf jeden Fall nur für die Leute, die mich auch unterstützen über Patreon, denn, ups. Wenn jeder mir schreibt, dann schreiben wir tausend Leute am Tag. Dann wollen wir tausend Leute am Tag anrufen. Also hier mein Support-Channel Patreon.com. Warum Linux besser ist, wer über diesen Kanal was spendet. und dann ist nicht nur, was, was, ich auch nicht drange. Nein? Nein. 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 Nein, nein. 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 Lass. Nein. 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 habe ich mich da verschrieben sorry jetzt müsste es auch funktionieren habe ich glaube vertippt vorhin wir haben mich über diesen link unterstützt dann können wir uns gerne mehr auch über discord oder per e-mail oder unterhalten und sonst eben nur über youtube über diesen kanal hans günther sagt schade gibt es noch nicht für meinen galaxy a3 2016 wort wieder euro wieso kommt wieso geht das nicht so 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 Also Noch mal zack zack Naja, aber jetzt Jetzt habe ich den Link 1 zu 1 Kopiert, Moment So, das ist der Link Das sollte auf jeden Fall funktionieren, wenn es jetzt nicht geht Noch mal testen, draufklicken Hä? Komisch Das ist aber der Link Ich glaube, da haben die gerade ein Problem mit der Patreon Seite Denn den Link habe ich gerade 1 zu 1 Aus dem Browser rauskopiert Und da hat es funktioniert Oder so, dann geht es auf jeden Fall Mit User Na ja Und wer mich genau Wer mich hier unterstützen möchte Über diesen Link Geht es auch Da kann man Ne, oder? Ne, oder? Jetzt habe ich eine Idee, wie das am besten geht So, jetzt Achtung Achtung Der Link sollte aber jetzt funktionieren Aber wenn der nicht geht, dann weiß ich auch nicht Komisch Komisch Oh, mir scheint da was im Chat nicht zu funktionieren Johannes Glückler Ich habe die gerade geschrieben Bei Discord Habe ich nicht an Doch, habe ich an Aber Das mache ich nur für Leute wie gesagt Die mich über Patreon unterstützen Oder whatever unterstützen Sonst schreiben wir da 1000 Leute Florian sagt Mit der kommerziellen Wine Ableger Crossover in Version 17 Läuft jetzt Microsoft Office 2016 unter Linux Ganz genau Habe ich doch vorhin schon gesagt Aber da warst du wahrscheinlich noch nicht da Das läuft seit neuestem Microsoft Office 2016 unter Linux Mit dem Charter auch Page not found Ja, ich weiß es nicht Komischerweise Also ich weiß nicht Wenn ich auf den Link klicke Kommt page not found Wenn ich den Link aber direkt eingebe Also genau so wie ich den hier stehen habe Dann funktioniert es Jetzt Tududududududududududududududududududu Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich guck gerade was, ich will was gucken. Also unter dem Stream in den... Ich hätte jetzt gerne Infokarte erstellt, aber da kann ich keine Links rein machen. Von nicht genehmigten Seiten, schade. Noch kein neuer Superchat. Link anklicken und dann erst das und EF und %EF, %BB, %BF entfernen. Ich sehe das bei mir gar nicht. Wahrscheinlich sieht man das nur bei euch. Bei mir steht der Link nämlich ganz normal da. Sascha, Vlogged hat gerade erst wieder zugeschaltet. Ich musste meinen Browser-Prozess einmal killen. Firefox halt. Was machst du nur für Leute, die dich irgendwo unterstützen? Mit Discord unterhalten, über Discord, telefonieren, unterhalten. Hans-Günther sagt, hast du eigentlich Leute, die dir helfen bei deinem YouTube-Kanal? Ne, habe ich nicht. Mach das alles alleine. Leider hilft mir da keiner dabei. Wäre toll, wenn irgendwelche Leute helfen würden, aber bisher hilft mir da keiner. Rucken Rolf sagt, nein, auch wenn du den Link aus dem Chat kopierst, ist kaputt. Da macht YouTube im Moment irgendetwas kaputt. Ja, sieht so aus. Also YouTube irgendwie im Link was kaputt macht. Guckt mal, unter dem Video in den Anmarkungen, ja nicht Anmarkungen, doch, wie heißt es denn? Erweiterungen, erweiterte Einstellungen, Anmarkungen, irgendwas, steht da nichts. Unter dem Video stehen da keine Links. Rucken Rolfi, ja auch dabei. Noa, ich hatte schon mal gefragt, um dir mit den Kommentaren zu helfen. Hans-Günther sagt, bei mir ist da nur der O2-Link. Genau, man kann mal gucken. Allgemeine Informationen, O2. Ah, der O2-Link ist da. Okay. Das habe ich gemacht, dann habe ich eingefügt, bevor ich den Stream gestartet habe. Hier auf der YouTube-Seite. Und ein Spenden-Link auf Tipsy, ja genau wie das heißt. Ganz genau, den habe ich gemeint. Den Spenden-Link auf Tipsy, das ist das außerhalb von YouTube. Wenn man hier was spendet, über das Tipsy, dann sollte das eigentlich direkt im Livestream angezeigt werden. So eine Meldung, plopp, sowieso. XY zum Beispiel. Rock'n Rolf Hamburg hat gespendet. 100 Euro. Ne, passt bei Seite. Egal was du eingibst, sollte angezeigt werden. Ja, ich würde es ja selber probieren, aber ich kann jetzt da nicht rein. Da kann man über Paypal oder so spenden oder über alles mögliche. Ihr habt es bei anderen gesehen schon. Julian sagt, sag doch bei was du Hilfe benötigst, melden sich bestimmt ein paar nette User. Bei Videos erstellen, bei Videos Skripte erstellen, Videos ausarbeiten. Denn so ein Video ist ja nicht nur mal, mach mal ein Video, sondern da muss man richtig viel ausarbeiten, erstellen. Ich schreibe da mal Skripte, was alles dran kommt, was alles abgehandelt werden muss. Ja, alles einfach durchmachen, das dauert recht lang so ein Video. Hallo Alex, wie du weißt, ich bin Drachenlord. Schön für dich Drachenlord. Jetzt weiß ich es. Genau. Wirkung. Tschüss, mach, mein��� Noah sagt ich werde es testen. Noah, was wirst du testen? Ich habe jetzt gar nicht mitgelesen. Puh. Wie viele Zuschauer sind es denn? 38 nur noch. Es werden immer weniger. Protect your ID. Ne, ist fake. Was ist fake? Ich verstehe jetzt nicht ganz was. Mit Paypal würde ich spenden. Bei mir ist der Spenden-Button neben dem Texteingabefeld. Android, Handy. Bei mir ist der Spenden-Button neben dem Texteingabefeld. Ja und gerne spenden. Spenden sind immer alle herzlich willkommen. Ja. Hallo, ich bin Johannes vom YouTube-Kanal Johannes Glückler. Falls du es noch nicht weißt, jetzt weißt du es. Hi Johannes, geil. Danke. Danke, danke. Jetzt weiß ich es. Gut, dass du das sagst. Ach, der Drachenlord ist fake. Ist nicht der echte Drachenlord. Ah, ja, ja, ja. Die Drachenlord. Ah, ja, ja, ja. Die Drachenlord. Was? Alex, du hast auch mal ein Video gemacht für YouTube to MP3. Ich nehme an, YouTube hat das untersagt. Nein, YouTube hat das nicht untersagt. Die GEMA hat es untersagt. Das wird nichts. Schau mal auf YouTube nach, wie man Feier macht. Gut? Ah, das war jetzt, äh. Dann muss ich mal später. Ja. Hans-Günther geht nur nicht mit Paypal zu spenden. Leider. Hab nur Kreditkarte und so weiter. Kreditkarte geht doch... So, du abgehst ins Tell spende. Oh, und jemand hat jetzt gespendet. Ich habe es nur zu spät gesehen. Äh, ich habe es gehört. Ja, geil. Julian hat einen Euro gespendet. Geil, Julia. Danke schön. Wie geil ist das denn? Scheint ja zu funktionieren. Drachenlord, treut euch. Kommt zu ihm. Reichenbacher Straße 2 in 7856... Was? 7856 4 Währingen. Er schmeißt euch so den Bügel raus. Bis er nicht wieder aufsteht. Hä, wie doof bist du eigentlich? Denkst du, das ist meine private Adresse, oder? Kommt aber alle dorthin. Du darfst ja gerne kommen. Drachenlord, so ein Blödmann. Und tschüss, Drachenlord. Geil, geil, geil. Aber das mit der Spendet, das funktioniert da richtig geil. Finde ich richtig cool. Vielen Dank, vielen Dank. Also finde ich jetzt richtig klasse. Finde ich ja richtig mega geil. Was ich aber eigentlich auch eingebaut habe. Was angezeigt werden sollte. Ah, jetzt weiß ich es. Moment, da muss ich nochmal was dazu machen. Mit einem Tipi Stream, dann wird er auch angezeigt. Wer den Kanal abonniert, wenn einer dann... Schrein alert box, my alert box, key now, edit. Activate follow alerts. Activate subscription alerts. Posting super chat. Activate the super chat alerts. Machper�. Machper. Sag, mach, mach, mach. Machper. Machper. tim. Insn. finest. moment das hat jetzt so hinzufügen linux browser also was so 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 So, irgendwie funktioniert das nicht so ganz, Abos, Höhe 60, ja genau, so Höhe 60 und Breite 1.000, so, okay. Chirnova, Rückenroll, stimmt nicht ganz, ich bin das erste Mal hier und habe davon erfahren, über Discord, Chirnova, ich glaube dich kenne ich aus dem Discord Chat von einem anderen YouTube Kanal, kann das nicht sein? Ich lerne gerade PHP 7, damit ich vernünftig OnCloud auch draufsetzen kann. Ja, PHP finde ich eine richtig geile Sprache, habe ich auch einiges in Büchern dahinten stehen zu PHP, PHP 4 sogar noch. PHP 4, ja, habe ich sogar noch ein PHP 3 Buch. Ich glaube, das war mein erstes PHP Buch, oder? PHP 4, ja genau, das war mein erstes PHP Buch. PHP, und dahinten stellt's, auf CD rum, na der Fokus kommt nicht, doch, auf CD rum, PHP 3. Oh, lange 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 ist es her, geil. Ja, so stapeln sich die Bücher. Aber ein aktuelles PHP Buch habe ich nicht, denn das, ja heutzutage kann ich das alles im Internet nachlesen. Noah, ist Tutorial wunscherisch zum streamen? The Beast, ich finde Linux komplizierter als Windows. Linux ist der Kernel. Wenn, dann musst du sagen, Ubuntu, SUSE, oder whatever. Das sind alles verschiedene Linux Distributionen. Und was ist da komplizierter als unter Windows? Es ist anders. Also wenn jemand mit Ubuntu in sein Computerleben einsteigt, der blickt unter Windows nicht durch. Der sagt auch, wo ist das kompliziert? Klar, wenn man einfach davon ausgeht, dass alles genau so wie unter Windows funktionieren soll, dann ist man mit jedem Betriebssystem auf der falschen Spur. Auch mit Mac und dem Apple Betriebssystem. Das funktioniert auch komplett anders. Sascha, schmeiß mal deine ganzen alten, vor alterten Bücher weg. Wieso denn? Die kann man manchmal noch eher brauchen, oder warum soll die wegschmeißen? Johannes Glückler, Linux Mint ist eher ganz einfach. Kommt immer darauf an, was man unter einfach versteht. gleich wie Windows? Oder gleich wie Apple? Oder gleich wie Android? Oder gleich wie Android? Was ist einfach? Oder gleich wie Apple Smartphone oder whatever? Hm. Salat. Es heißt GNU Linux. Genau. Linux ist der Kernel. Das heißt nicht GNU. Linux ist der Kernel. Und dann GNU Linux ist Ubuntu oder whatever. gut. Guck mal, der Murderpass sagt, Linux ist einfacher. Schwieriger wird es, wenn man Windows Programme draufpressen will mit Wine und Co. Aber im Grunde hat Linux einen viel einfacheren Workflow mit dem Terminal. Absolut finde ich auch. Salat. Android läuft auf dem Linux Kernel. Natürlich 100%. Android ist 100% Linux. Ein 100% Linux Betriebssystem. Nicht ungefähr oder eine abgebandelte Art, sondern Android ist 100% Linux. Nur eben kein GNU Linux, sondern Android Linux. Nicht mehr. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich unter Windows verzweifle, weil nichts so funktioniert. Ich bin einfach einen Unix Heroiden Ubuntu Unterbau gewohnt. Genau. So geht es mir auch. Unter Windows funktioniert bei mir auch nichts mehr. Wenn ich da der Vorsitzende unter dem Windows Rechner denke ich, um Gottes Willen. Warum ist da alles so kompliziert? Denkst du, dass es als C-Anfänger möglich ist, den Kernel zu verstehen oder gar Patches einzureichen? Als C-Anfänger? Ich weiß es nicht. Also kommt drauf an, was Anfänger ist. Sascha sagt, er mag keine grafischen Interfaces. Geil. Unter Windows nicht und unter Linux nicht. Hans Günther sagt, wenn man weiß wie es geht, ist alles einfach. Stimmt. Egal welches Betriebssystem. McCain. Guten Abend. Guten Abend. Ja, bin schon fast 2,5 Stunden live. Geil. Wie geil ist das denn? Hallo. Mal eine Frage. Ist das normal, dass Linux Mint dauernd Updates vorschlägt? Na, was heißt normal? Wenn es ohne Update gibt, schlägt es das vor. Wenn es keins gibt, schlägt es keins vor. Ich würde die Updates immer machen unter Linux. Ist nicht wie bei Windows, dass das System nicht mehr läuft, sondern es läuft einfach. Noah, ich habe herausgefunden, dass für Spiele Wine Staging super ist. Ja, habe ich auch schon herausgefunden. Also nicht für Spiele, aber manchmal eine Software, wenn die einfach unter der normalen Wine Version nicht läuft. Unter Staging lief es dann. Die Entwickler Version von Wine quasi. Kinova, letztens habe ich doch Windows 10 bei mir auf dem Testrechner installiert. Und was passiert? Rechner stürzt da und ab. Ich wusste nicht mal, dass mein Tastrechner das kann. Wie geil ist das denn? Cool. Ist mal richtig geil. Ja, soviel zum Thema, wie gut Windows ist. Ich denke... Jedes Mal, wenn ich den PC anmache, kommen Updates Vorschläge, sagt der John. Ja, dann installiere die doch. Wo liegt denn das Problem? Also unter Linux kannst du davon ausgehen, wenn du die Updates installierst, läuft der Rechner genauso wie vorher auch. Das ist nicht wie unter Windows, dass der Rechner dann auf einmal nicht mehr funktioniert, sondern das läuft einfach. Und die Updates sind einfach, weil das System dann sicherer ist. Das läuft dann zuverlässiger, wenn irgendwelche Sicherheitslücken sind. Unter Windows dauert das manchmal Wochen, Monate, bis die eine Sicherheitslücke beheben. Unter Linux eigentlich sofort, sobald eine gefunden wird, wird eine behoben. Also die meisten Linux Distributionen, auf jeden Fall Ubuntu oder Linux Mint, da geht das recht schnell. Ich nutze Debian seit 6 Monaten und ist nicht noch einmal abgestürzt. Mit Windows konnte ich mindestens einen Absturz pro Tag einplanen. Ja, genau. Wer sich unter Linux Wein drauf bügelt, holt sich eine gewaltige Sicherheitslücke aufs System. Ah, würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Weil einfach, das ist eine Laufzeitumgebung mit Wein, da sind die ganzen Sicherheitslücken von Windows nicht alle drin. John sagt, nach einem großen Update bei Windows gingen dann einige Programme nicht mehr. Ja, unter Windows ist das normal. Was, Drachenlord? Entschuldigung, dass ich mich von Unternehmen benommen habe. Ich bin natürlich nicht der Drachenlord aus Emskirchen, aber ein Blödmann bin ich nicht, weil ich Ubuntu Linux benutze. Ja, ist gut. Linux ist kein Windows. Danke für die Info. Ist normal, wenn du ihn länger nicht anhattest. Und bei Linux kann man aussuchen, was man installiert. Ein Kumpel von mir meinte, ein Virus aus der Linux-Welt. Ha, Root, pass für D. Gäbe ich dir nicht. Ja, logisch gibt es auch unter Linux-Viren. Nur bewältet er nicht so viel. Und wenn man den nicht mit Root-Rechten installiert, kann er auch nichts machen. Dann setz mal ein VirtualBox ein, Linux auf, pack Wein und schau was passiert, wenn ein Krypto-Trojaner startet. Habe ich noch nie probiert. Müssten wir mal ausprobieren. Habe ich noch nie probiert. Ein Krypto-Trojaner in der VirtualBox unter Linux mit Wein installieren. Jörn Breizzi, ich vertraue Linux-Ubuntu vollständig und bedanke mich bei dir und deinem Hilfe von deinem Kanal. Ja, gerne. Mach ich doch gerne. Noa, Windows macht einmal im Monat Updates. Und unter Linux kommen Updates immer, wenn sie fertig sind. Ganz genau, in Windows kommen sie zu geplanten Abständen, egal ob sie heute fertig sind, die kommen erst nächsten Monat. Unter Linux, Ubuntu zum Beispiel, wenn das Update heute fertig ist, ist das auch heute bereit zum Installieren. Bei Windows musst du nicht mehr auf den Patch-Day warten. Oha, super. Ich habe keine Ahnung, was hier einige reden, aber ich habe bei Windows noch nie das Problem gehabt, dass es nicht mehr nach Updates funktioniert hat. Also ich hatte das selbst schon oft, dass es nicht mehr funktioniert hat in meiner Windows-Zeit. Passiert genau dasselbe wie in der Windows, das System wird verschlüsselt. Echt? Ja, ich weiß nicht, ich habe es noch nie probiert. Ich nutze auch keine Windows-Software eigentlich. Ich finde das nur eine absolute Notfall-Lösung, Wine zu benutzen. Aber ich nutze kein Wine, ich habe nur reine Linux-Software auf dem Rechner. Alex, das ist Quatsch, was? Wenn ein Exploit existiert, kann man sich die Route-Rechte aneignen. Kein System ist 100% sicher, aber ein Linux-System ist bei weitem sicherer als ein Windows-System. Und als normaler Nutzer kannst du dir keine Route-Rechte aneignen. Und du natürlich beim Installieren ein Route-Passwort eingibst, dann sieht es wieder anders aus. Klar, aber solange du dein Route-Passwort nicht eingibst, kann das auch nicht sein. Alex, was meinst du, wie weit Linux noch die Welt verändert wird in Zukunft? Also ich sage schon immer, irgendwann wird man Windows auch auf Linux aufsetzen. Einmal weil es ein zuverlässigeres, stabileres System ist und weil Microsoft dadurch Millionen oder gar Milliarden an Entwicklungskosten spart. Und ich habe das schon immer gesagt und zwischenzeitlich bauen sie ja auch Ubuntu oder egal Linux in Windows 10 ab Werk ein. Wenn ich das schon vor fünf Jahren gesagt hätte, haben mich alle runtergezogen, das wird niemals passieren. Das macht Microsoft nie und heute ist es vollkommen normal. Dann heißt es, ja, das ist nur für die Entwickler. Es ist immer am Anfang für die Entwickler und später ist es für alle. Also ich gehe davon aus, bis in einigen Jahren, vielleicht fünf Jahren, zehn Jahren, ich weiß es nicht, dann wird Windows komplett auf Linux aufsetzen, weil die einfach Unmengen an Geld sparen, an Entwicklungskosten sparen. Und das System läuft dann stabiler. Kirnova, böse Behauptung, dass Linux sicherer ist, ist es nicht. Auch unter Linux kann man böse Sachen erleben. Natürlich ist es nicht 100% perfekt, aber es ist weit sicherer als jede Windows Version. Natürlich, wenn ich mich hinsetze und als Administrator irgendwelche Viren installiere, klar geht es da nicht mehr. Logisch ist dann mein Rechner kaputt, habe ich ein Virus drauf. Ganz klar, aber es ist einfach sicherer als unter Windows. Und wenn ja Linux so schlecht ist, setzt auch Android zu 100% auf Linux auf. Android ist zwar kein GNU Linux, aber eben Linux. Es gibt bei Win10 schon eine Option, die Linux Dash zu aktivieren über das Windows 10 Terminal. Ja, ich sag doch, unter Windows kann man schon Linux nutzen. Zwar nicht mit dem Linux Kernel, aber eben auf dem Windows Kernel. Nutzte jemand IP, feiere ich nicht. Jamir sagt, ich finde GNOME im Vergleich zu Unity als einen Rückschritt. Das finde ich genauso. Also da muss ich dir echt beipflichten. Das finde ich genauso. Ich finde Unity weitaus fortschrittlicher und das bessere System als GNOME. Kinova, ach, ich könnte spätestens ab Alex ein paar Viren aus meiner Kollektion zu schicken. Dann braucht er nicht mal so, nicht mal Sudorecht um sein System komplett zu zerschießen. Kein System ist perfekt. Kein System wird funktionieren. Aber Windows ist einfach nicht so sicher wie Linux. Wie GNU Linux. Ich rede nicht von Android Linux. Android Linux ist kacke. Dort gibt es auch Viren ohne Ende. Du brauchst keine Rootrechte. Es ist einfach nicht sicher. Aber ich rede von GNU Linux, nicht von Android Linux. Logisch kann ich mir ein Virus programmieren und den mit Rootrechten installieren. Dann habe ich auch ein Virus auf dem System. Keine Frage. Was? Noah sagt Microsoft gesagt, dass Windows 10 das letzte Windows ist und auf der Microsoft Webseite steht, dass es nach 2025 keine Updates mehr von Windows 10 geben wird. Echt? Wusste ich noch gar nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Fünf. In acht Jahren gibt es keine Updates mehr von Windows 10. Und dann gibt es keine neue Windows-Version. Ich weiß nicht. Habe ich nicht gelesen, habe ich nicht gesehen. Ich gebe mal ins Terminal folgenden Befehl ein und schau was passiert. Wenn ich ihm sage, lösche mir mit Rootrechten alles mit Rootrechten alles. vom Root des Dateisystems aufwärts, ohne nachzufragen, ohne irgendwas löschen, dann löscht es einfach. Ist aber kein Virus. Das ist ein ganz normaler Befehl. Windows 10 ist ein Rolling Release. Die wollen ja Windows als Service machen. Ja. Vielleicht kommt der mit 1810 Unity 10. Wer weiß. Unity 8 kam ja nicht. Windows wechselt von Versionen auf ein Rolling Release. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ich letztens gelesen habe ist, dass Unity nicht mehr weiterentwickelt wird. Offiziell von Canonical. Der wird ja auch nicht. Nicht letztens, sondern das weiß ich schon seit April. Ich glaube seit April. War das bekanntlich. April oder Mai. Seit irgendwann so was weiß ich es. Also offiziell wird Unity von Canonical nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt ja jetzt schon kein Unity. Unity wird schon noch. Es gibt schon noch Unity. Das heißt auch auf Windows. Windows. Auf Ubuntu 18.04 kann man soviel ich weiß dann auch noch Unity als Desktop nachinstallieren. Aber offiziell ist das nicht mehr der Standard Desktop. Ab 2025 werden für Windows 7 keine Updates mehr zur Verfügung gestellt. Windows 7. Das kann ich mir dann vorstellen. Obwohl. So lange noch. Windows 7 Updates. Obwohl doch. Könnte ungefähr hinkommen. Bei Microsoft wird das künftig einfach nur noch Windows heißen. Max Schau. Hi was geht? Hey was geht bei dir? Füße gehen. Was geht? Füße gehen. Jan Peter Ruhmann sagt. Dass Canonical Unity nicht mehr weiterentwickelt. Heißt nicht dass es kein Unity mehr gibt. Open Source. Natürlich. Unity wird ja weiterentwickelt. Unity 8 wird weiterentwickelt auf unit.io. Genau. Unit.io. Ich glaube so heißt die Domain oder? Unit.io. Genau. Hier wird von den Jungs Unity 8 weiterentwickelt. Die haben hier aber keine großartigen Bilder. Aber die entwickeln Unity 8 weiter. Und die arbeiten auch irgendwie zusammen mit den Ubiports Entwicklern. Denn dort auf dem Smartphone ist da auch Unity drauf. Und soviel ich weiß wollen die auch demnächst mal Ubuntu 1604 auf das Smartphone bringen. Und dann ist dann wahrscheinlich Unity 8 auch als Desktop drauf. Bin mir nicht ganz sicher. Hier nochmal sagt. Windows, Linux oder Mac alles scheiße und super zugleich. Entscheidend ist das Einsatzgebiet. Und demnach sollte man sich für ein System entscheiden. Jetzt bin ich immer der Hammer. Wenn ich solche Sprüche höre. Was ist schlecht wenn ich Linux habe und ich möchte das als Desktop Betriebssystem nutzen. Für eine Grafikentwicklung. Und ich habe Photoshop als Linux Version, dass ich auf Linux installieren kann. Was ist dann an Linux schlechter als an Windows? Nix. Es ist eigentlich nur besser. Es gibt keine Nachteile. Es gibt nur Vorteile. Es kommt also nicht auf den Einsatzzweck drauf an. Sondern es kommt darauf an, ob das Programm zur Verfügung steht. Nicht auf den Einsatzzweck. Wenn unter Linux all die Programme zur Verfügung stehen. Die auch unter Windows zur Verfügung stehen. Dann wird kein Mensch mehr Windows nutzen. Denn dann gibt es keinen Vorteil mehr an Windows. Gibt es absolut gar keinen mehr. Das ist jetzt so schnell. Ja. 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 Erwin Kon ist richtig. Ja. 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 ist vielleicht ganz gut aber ich habe gehört dass linux thomas für die nasa arbeitet und deshalb bleibe ich vorerst bei windows 10 also die nasa national aerospace und er wird nasa das sind die den weltraum fliegen du mensch was in die nsi glaube ich nicht in sicherheit nicht und wenn er dafür arbeiten würde mal angenommen linux linux thomas arbeitet für die nsi wie kann man in den kreis offenes können in den kreis offenen körper geheimen code einbauen den keiner sieht wenn das doch hier anschauen kann es ist ein offenes system dass jeder anschaut und tausende linux entwickler staunenden code an da kannst du nichts einbauen was keiner sieht was einfach offen ist und jeder anschaut aber wenn du die nasa aber ist ja gut dann klickt er vielleicht den nächsten weltraum ich meine passiert protect your id frau heute nachtdienst ne frau heute nicht nachtdienst frau heute krank frau heute schwer erkältet weißt du wie viele millionen zeilen der korn lang ist ne viele millionen zählen ganz klar er hat ja auch die entwicklung könnte alles rein hacken was ich habe gehört linux thorwalds linux auf dem mars installiert ha gut die nsi juckt mich doch eh nicht bin hier in deutschland die nsi agiert übers internet nicht in deutschland sudo su apt remove de nasa ich habe mich nur gewundert bist heute solange da ja wie gesagt meine frau die ist nebenan ich habe mich nur gewundert und krank arch ist klasse sagt rückenwolf ja klar arch ist eine gute distribution keine frage und spätestens dann wird linux sich durchsetzen sag mal gute besserung ja danke sage ich ihr das werde ich ihr nachher ausrichten und deswegen war ich auch lange nicht online denn ich denn als wir von den philippinen zurück kam ich war extrem erkältet super erkältet jetzt geht es wieder einigermaßen friederik müller hat einen netten artikel gefunden zum thema spionage unter linux die nsi hat auch zum beispiel das tornetz na klar die hat die 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 kontrollieren das tornetzwerk mit den ipod weiblich nicht ... ... eigentlich nicht Was zum Thema, wie versteckt man einen Code offen im Quellcode? Es ist ein großer Unterschied, ob ein System komplett geschlossen ist oder ob es offen ist. Ich kann mir keiner erzählen, dass ein geschlossenes, geheimes System sicherer ist, wie ein offenes System, was jeder anschauen kann. In einem geschlossenen System kann man wesentlich mehr verstecken, als in einem offenen System. Das mit Torio ist etwas anderes, wenn jeder einen Knoten machen kann, dann ist das ja kein Problem, sage ich auch so. Die holen einen überall, aber Linux ist halt Virenunanfälliger. Auf jeden Fall ist ein GNU-Linux-System, immer GNU-Linux-System, Virenunanfälliger als ein Windows-System. Alex, mach mal einen Überblick über Arch. Nee. Ich möchte eigentlich nicht so viel über Linux-Distributionen was machen, sondern ich habe eine Linie, Ubuntu, ja vielleicht auch Linux Mint, kann man dazu nehmen, aber so meine Richtung Ubuntu. Ich möchte nicht so in jede Richtung gehen. Und das finde ich einfach das Problem, dass es die große Vielfalt gibt unter Linux. Es gibt hunderte, tausende verschiedene Linux-Distributionen und jeder nutzt was anderes, jeder nutzt ein anderes System. Und ich möchte einfach eine Richtung machen und nicht da alles splitten und das machen und das machen und das machen und das machen und später weiß keiner mehr was er nehmen soll. Blödes Beispiel, Bibel ist auch offen, aber wie viele haben das wirklich durchgelehrt? Das ist wirklich ein blödes Beispiel. Warum überhaupt Ubuntu? Einfach ein System. Ich könnte auch hier die andere Linux-Distribution nehmen, aber unter Ubuntu finde ich es am einfachsten. Mit Ubuntu komme ich am schnellsten zum Ziel, was ich möchte. Ich möchte nicht lange konfigurieren, ich möchte nicht lange im Quellcode rumhacken müssen, irgendwelche Textkonfigurationen machen müssen, sondern sollte relativ schnell gehen. Und das habe ich unter Ubuntu gefunden, installieren und läuft sofort. Ich weiß noch aus meiner alten Zeit, ich nutze ja Linux schon seit dem letzten Jahrtausend und da musste ich dann immer richtig lange hacken und bis die Grafikkarte mal lief oder irgendwelche Hardware lief. Unter Ubuntu läuft es einfach, geht am einfachsten, am schnellsten. Zu Arch kann ich den YouTube-Kanal unix.eu empfehlen. Ja, der Nick, der macht richtig richtig gute Videos, wenn es um Arch geht. Genau, unix.eu. Hier, der hat auch einen richtig geilen YouTube-Kanal, der macht richtig richtig gute Videos. Kann ich absolut auch empfehlen, der Nick. Salat, in Open Source heißt nur, dass jemand Fehler finden kann. Manchmal findet da jahrelang keiner was. Ja, natürlich. Und wenn es closed source ist, findet niemals irgendjemand was, weil es keiner sein kann. Also entweder spät oder gar nicht. Bei closed source kann keiner ohne welche Fehler finden, weil es einfach geschlossen ist. Lieber spät als nie, oder? Hast du noch Kontakt zu Tuxedo? Was heißt Kontakt? Also die haben mich jetzt schon lange nicht mehr kontaktiert. Johannes Glückler, du machst gute Videos. Dankeschön. Dankeschön. Auch bei Ubuntu musstest du früher viel hacken. Ubuntu 8 bis 11 Zeiten. Nee. 8, Ubuntu 11? Nee. Also meine erste, also Ubuntu 8 oder 9 installiert und lief alles problemlos. Out of the box, ohne irgendwelche Konfigurationen, irgendetwas. Bei Susi hatte ich immer Probleme, musste immer basteln und machen. Und bei Red Hat hatte ich immer Probleme. Ubuntu installiert und lief sofort die komplette Hardware out of the box, ohne irgendwelche Konfigurationen. Siemens 22. Was hast du für Smartphone? Wer ich? Habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Galaxy S8? Kirnova? Na ja, auch closed source. Dank Reverse Engineering ist nicht geheim. Also was redest du denn da? Wenn man es ein sein kann, ist es schlecht, sagst du. Kann man es nicht ein sein, ist besser. Aber auch geschlossene Software, die im Pinarcode vorliegt, kann man auch ein sein. Also es ist dann genauso schlecht wie Open Source, oder? Also für irgendwas musst du dich jetzt entscheiden. Wenn alles so einfach wäre durch Reverse Engineering, dann könnte man keine Sicherheitslücken so einfach ins Betriebssystem einbauen. Kann aber Windows, weil du kannst durch Reverse Engineering nicht den kompletten Code 100% wieder herstellen. Da kannst du schon mit Tricks Sachen einbauen, die du durch Reverse Engineering nicht rausbekommst. Das kannst du auf jeden Fall machen. Ja. Manjaro verkauft auch Notebooks, das Manjaro Spitfire, echt? Wusste ich gar nicht. Du bist kein Informatiker, gell? Ne? Ich bin kein Informatiker. Ich habe keine Ahnung. Tuxedo ist doch nicht gut weggekommen in Bezug auf Akkuleistung, oder? Ja, weiß ich nicht. Also mein Akku da hält schon einigermaßen. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Hexcode lesen. Beim C64 ging das noch. Genau, Jan-Peter. Beim C64 ging das noch. Kann ich mich auch daran erinnern. Nimao. Ich bin auch ein Freund der Benutzerfreundlichkeit von Ubuntu. Basteln hat zwar auch was, aber wenn es sofort läuft, ist es einfach schön. Genau, so finde ich das auch. Basteln kann man eben, wenn man möchte, aber ich finde es auch besser, wenn ich nicht basteln muss, damit es läuft. Was machst du auf deinem Tuxedo? Was mache ich da? Jetzt zum Beispiel YouTube streamen? Im Prinzip alles außer Spielen. Ich bin kein Gamer. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, war bei meinem Let's Play, was ich auf diesem Kanal gemacht habe. Ist schon ewig her. Kinova. Ich nutze seit 13 Jahren Linux und bin passionierter Linux-Kern-Nutzer. Was meinst du, was liegt mir näher? Ich weiß nicht, was dir näher liegt, wenn du seit 13 Jahren Linux nutzt. Hans Günther. Alex, du warst mein Linux-Einstieg. Danke für die Hilfe mit deinen Videos. Ja, gerne. Mach ich wirklich gerne. Freut mich immer wieder, wenn ich Leute zu Linux bringen konnte. Jan-Peter sagt, ich finde KDE genial. Da kann ich alles einstellen, was ich will. Ja, keine Frage. KDE ist auch ein toller Desktop. Rock'n'Rollf. Ach, das Rennspiel. Genau. Kannst du dich noch daran ändern? Das Rennspiel, als ich damals das Let's Play gemacht habe mit dem Rennspiel. Hey, Wildnis Team. Servus. Guten Abend. Auch da. Ich habe mit Windows Vista angefangen und habe dann deine Hilfe auf Ubuntu 12.10 gewechselt. Echt? Damals schon. Wow. Cool. Windows Vista war aber nicht wirklich toll. Ich finde die Laptops von Tuxedo viel zu teuer. Ja. Alles hat seinen Preis. Ein Mercedes ist eben auch teuer. Kann man ja auch einen Fiat kaufen. Der ist billiger. Die Tuxedo Leute arbeiten eben auch daran. Die investieren Zeit, ihre Manpower, das zu konfigurieren, zu programmieren. Machen Körnel Sachen, Treibersachen. Ja, die wollen auch was zu essen kaufen. Ich habe das Rennspiel auch gesehen, sagt Heinz Günther. Was? Ey, ey Salat. Wenn ich nicht so soziophob wäre, würde ich mal beim IT-Standtisch Paul Arnos in BL vorbei sehen. Ist dann IT-Standtisch in Paul Arnos? Ist mir jetzt das neueste. Aber du kennst dich da aus. Du kommst da aus der Ecke. Hatte Linux 1.2 auf dem 28Kmiga laufen? Paul Arnos? Paul Arnos? Ist das das doch? Neben dem Venedig, glaube ich. Aber wenn es in Balingen ein Linux-Standtisch geben würde, dann würde ich sofort hingehen. In Tübingen war ich schon ein paar Mal. Aber das ist immer soweit zu fahren. Wenn die dann mal ein paar Leute zusammentun würden und sich in Balingen treffen würden, dann wäre ich sofort mit dabei. Keine Frage. Ich habe mir auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich das organisieren soll. Aber ich weiß nicht, wie ich dann die Leute erreiche. Wenn ich das dann hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentliche, sind wohl die wenigsten aus der Gegend. Ich war auch schon im YouTube-Treffen in Stuttgart. Ah, nicht YouTube-Treffen in Linux. Linux User Group Stuttgart. Irgendwas war ich auch schon dort. Aber es ist immer blöd, soweit zu fahren. Läuft Linux 100% auf allen Thinkpads oder nur auf bestimmten Modellen? Ich glaube, das läuft auf allen. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, das läuft auf allen Thinkpads. Mein Thinkpad 2.01x mit i5, bla bla bla, ab und eingekostet. Ja, eine SSD bringt schon wahnsinnig viel. Das macht ein Rechner enorm schnell, wenn eine SSD festplatte ist. Das stimmt schon. Bei mir, Protect Your ID. Hier bei mir gibt es gleich vier Linux-Gruppen. Schön. Linux User Group Reutlingen traf sich laut Meldingsliste heute. Stimmt, da war ich auch schon bei der Linux User Group Reutlingen. Dort war ich auch schon, habe mich mit denen getroffen. Aber wenn man keinen kennt und so allein hingeht, ist immer langweilig. So teuer finde ich es nicht von Tuxedo. Also mein Medium zuerst mit Windows hat 1.699 gekostet und live mit Ubuntu top. Hab gehört, dass die Tuxedo Treiber nicht Open Source sind. Die Quelle könnte ich wieder finden. Weiß nicht, kommt drauf an. Es gibt bestimmt immer Close Source Treiber. Sobald es ein Nvidia Treiber ist, ist es Close Source. Alles andere ist wahrscheinlich Open Source, schätze ich mal von Tuxedo. Für Linux braucht man aber nicht unbedingt überteuerte Laptops. Braucht man nicht, aber kommt drauf an, was man macht. Also wenn ich da immer YouTube Videos rendere, dann kann ich auch ein billiges Laptop nehmen. Dann läuft da aber zwei Tage, bis das Video durchgerendert ist. Hier dauert es eben ein paar Minuten. Im Schnitt problemlos, wenn du aber ein 100% Kompilatibles haben willst, schau dir an welche Thinkpads benutzen. Jetzt benutzen die Schraube an aktiven Körnern mit und halt mit Thinkpads. Was Noah sagt, ich habe hier vor mir eine SSD liegen, die ich nächstes Wochenende in den Laptop von meinem Vater einbauen. Natürlich mit Ubuntu. Also wenn der Rechner bisher eine HDD hatte, dann rennt der auf jeden Fall mit der SSD viel, viel schneller. Das booten, das geht dann wesentlich schneller. Programme öffnen, speichern, das ist ein riesen Zeitunterschied. Friedrich Müller sagt, auf meinem Lenovo Laptop ist der Soundtreiber mies, sonst läuft alles rund. Ja klar. Was Julian sagt, wollte er mal anmerken, weil hier das Thema Open Source war. Tuxedo hat auch nicht vor, die zu Open Source zu machen. So wurde es dann im YouTube Video gesagt, Tuxedo ist eine Firma, die wollen Geld verdienen. Die werden natürlich, ich weiß nicht, ob die alles Open Source machen, wenn nicht, dann auch nicht, aber muss ja auch nicht unbedingt alles Open Source sein. Peter sagt es genau, Tuxedo entwickelt keine eigenen Drehbohr. Aber doch, die haben schon mal einen eigenen Drehbohr entwickelt für irgendwas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr für was, aber für irgendwas haben die mal einen eigenen Drehbohr entwickelt. Und sonst mal die Anpassungen, die du sonst selber machen möchtest. Ja, im Prinzip hast du da recht. SSD haben eine kürzere Lebensdauer als HDD, so sagt man. Ja, ob die Platte jetzt 100 Jahre hält oder 200 Jahre, das interessiert mich eigentlich nicht, weil dann bin ich eh schon lange tot. Und viele haben auch SSDs im Server und dort sind sie richtig stark belastet. viel mehr auf jeden Fall wie auf einem lokalen Rechner. Und die halten auch lange. Ich habe ja nicht vor, dass ich meinen Rechner in 50 Jahren noch nutze. Das ist meine alte Platte 2.5er aus dem Acer Laptop 2008 Trend noch. Hat schon an die 30.000 Betriebsstunden. Naja, wieso nicht? Jan-Peter sagt, Nvidia ist nun mal nicht Open Source. Ja, ist es nicht. Tuxedo hat einen Farbenblinden Grafiker. Wieso hat Tuxedo einen Farbenblinden Grafiker? Hehehe, geil. Sascha Blog, es gibt keine Termine, die Livestreams sind spontan. Also meine waren auf jeden Fall ein bisschen... Ne, einmal habe ich glaube ich einen Termin gemacht. Das ist aber nur blöd mit Terminen. Spontan finde ich cool. Wer da ist schaut zu. Wer nicht da ist schaut eben nicht zu. Was? Danke für die Idee. Ein 100% kompatibles Notebook ist mir sehr wichtig. Mein Laptop treibt mich in den Wahnsinn. Werde mich morgen gleich mal umsehen. Nur... Frederic sagt, fuck you Nvidia. Noah, gute Nacht und bis bald. Okay Noah, danke. Wünsche noch einen schönen Abend. Bis bald. Schlaf gut. Schlaf gut. Früher war das Nvidia, fuck you Linus Torwartz. Ja genau. Das hat doch Linus Torwartz mal gesagt in einem Livestream glaube ich oder sowas. in den Mittelfinger gezeigt. Schlaf gut. Ja, hat Linus mal gesagt. Also Tuxedo Grafik sieht doch aus wie ein explodierter Drogenalptraum. Die ganze rot... Das ganze Rotzeug. Na bei den grafischen Sachen ist immer so eine Sache. Den einen gefällt es, den anderen gefällt es nicht. Man wird nichts finden, wo alle sagen, das ist geil, das gefällt mir. Wenn es ein einfarbiger Desktop ist, dann beschwert sich auch wieder jeder. Oh, langweilig, nur einfarbig. Ist also nur so eine Sache. Dem einen gefällt es, dem anderen was anderes. Ja. Ich habe ein paar Schokominz. Und die stehen gerade neben meinem Lüfter. Die sind ziemlich weich und schon halbflüssig. Suche Soundkarte mit Bass-Einstellungen für Ubuntu. Kann jemand helfen? Eine Soundkarte mit Bass-Einstellungen? Keine Ahnung, hast du da mit Bass-Einstellungen? Eine Soundkarte. Kann man das nicht an jeder einstellen? Kann man das nicht an jeder einstellen? Kann man das nicht an jeder einstellen? Okay, geil. Freut mich auf jeden Fall, wenn es dir Spaß macht. Mir macht es auch Spaß. Ich hoffe, meine Frau beschwert sich später nicht. Windows für closed source kritisieren, aber bei Tuxedo ist es in Ordnung. Ich sage nicht, dass es bei Tuxedo in Ordnung ist, closed source. Aber ein NVIDIA-Träger ist eben closed source. Wäre mir auch lieber, wenn der Open-Source wäre, aber ist eben closed source. Und NVIDIA macht einfach richtig geile Grafikkarten. Also ich finde nicht das gut, dass Tuxedo closed source-Träger macht. Wo macht Tuxedo closed source-Träger? Hast du mir da oben einen Link dazu, zu einem closed source-Träger, der von Tuxedo kommt? Okay, Linux forever. Wurde wohl auch so sein. Wenn nicht Linux, dann ein anderes Unix-like Betriebssystem. Oha, Hans-Günther, da wirst du wohl mit Jack arbeiten müssen, um den Sound zu verändern. Je mehr aus sagt, es gibt für NVIDIA-Karten auch einen Open-Source-Träger. Nouveau, wie der heißt, genau. Nouveau, Nouveau, sowas. Der ist ein Open-Source-Träger für NVIDIA-Karten, ist aber leider nicht ganz so leistungsstark wie der closed source-Träger. Auf jeden Fall sagen, zum normalen Arbeiten reicht es auf jeden Fall, den Open-Source-Träger zu nutzen. Aber zum Spielen ist der closed source-Träger auf jeden Fall wesentlich besser. Jan-Peter sagt, ja, aber ohne 3D-Unterstützung, ja. Ich weiß nicht, wie weit der 3D-Unterstützung hat oder nicht, aber der closed source-Träger ist auf jeden Fall leistungsstarker als der open source-Träger. Ja, weil der Open-Source-Träger einfach Reverse-Engineering ist. Ja, und der originale Träger von NVIDIA ist schon besser. Ach, joh. Wie lange bin ich denn schon live? Wow, schon über 3 Stunden bin ich live. Wie geil ist das denn? 3 Stunden und 12 Minuten bin ich jetzt live. Wow. Und immer noch 40 Zuschauer. Wow. Vielleicht gibt es was, mit dem ich den Bass per Hardware regeln kann. Ein Mischpult oder sowas. Also mit Zaunkern, Bass und Zeug und da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Also da kann ich nicht weiterhelfen. Ja, sitzt du schon die ganze Zeit, da staut sich doch das Blut. Ne, bin da schon ein paar Mal aufgestanden, bin zum Regal gelaufen, hab Bücher geholt. Die ganzen Bücher, die hier sind, hab ich schon geholt und zurückgebracht. Und könnt ihr auch noch hinterbringen, ne? Ich kann hier keine Links posten. Hm. So. Kaffee wäre gut, oder? Ey, ich hab doch noch Kaffee. Ich hab doch noch Kaffee. Okay. Aber der steht schon seit, ja seit 3 Stunden steht der jetzt schon hier. und ist Arschkalt. Hm. Klar, nach 3 Stunden ist noch nicht mehr warm. Tuxedo Infinity Book 13 Pro Review von Ubuntu fand ich eh. 37, ich hab das auch schon, bin aber keine Experte wie du. Tuxedo Book 13 Pro, ich glaub das ist von Marius das Review und mich nicht alles täuscht. Ja. Tuxedo, da ist hier. Ja. 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 Ja, genau, das Das hier meinst du Was hat er hier gemacht, der Marius Dann habe ich auf der Zebit getroffen Ja Was ist ein DAC, Rolf? Lieber ein Bier Oh, ein Bier, das wäre jetzt auch was feines Ein Bier Kaffee oder Bier? Aber stimmt eigentlich Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht mehr schlafen Wenn ich ein Bier trinke, ein Bier wäre doch was feines Soll ich mir ein Bier holen? Ich hole mir kurz ein Bier, ist eine sehr geile Idee Okay So und back in Space, ein lecker Zäpfle, ein lecker Tannenzäpfle, ich mach das am besten auf, ein Textmarker, ja geht doch, Prost, das war eine gute Idee, Rothaus, ja genau, ein Rothaus, Frank hat es erkannt, ein Rothaus, lecker Tannenzäpfle, ja, schau doch mal in die Flasche, wie spät es ist, wie spät ist es denn, noch früh ist es früh, kriegt man in Hamburg nur schwer, sagt der Friedrich Müller, ja hier gibt es das überall eigentlich, also im Getränkemarkt gibt es überall und Schwarzwald ist nicht so weit weg von hier, Rothaus, wie dann kann ich auch besser schlafen, weil wenn ich jetzt so viel Kaffee trinke, dann kann ich will doch nicht schlafen die ganze Nacht. also ich bin echt mal gespannt, was die an Ubuntu 18.04 noch alles ändern, weil bisher von der rein grafischen Seite aus, von der die ganze Zeit, also Bandbrechen ist es bisher noch nicht, hattet ihr heute auch schon das Thema Windows 10, Bundesclient, Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, ne, hatten wir nicht, was gibt es da drüber, sagt mir jetzt nichts, sagt mir jetzt so spontan nichts, und Updates 29 Pakete und Updates 29 Pakete ja jetzt nicht wollte ich die krassen, ja ich denke mal optisch ändert sich bisher noch nicht so viel, die haben festgestellt, dass man die Spionage unter Windows 10 nicht abstellen kann, langer Bericht, haha, hm? achso ja, wie kann da, da kann ich immer noch nicht verstehen, wie soll man in sicherheitsempfindlichen Bereichen, im anderen bei Militär auf Windows rumhacken, das kann ich auch nicht verstehen, Protector ID, das kann ich auch nicht verstehen, und Nord OBS geupdatet, ne, nicht OBS, sondern Windows 18.0, äh, jetzt rede ich schon Windows, Ubuntu 18.04 in der VirtualBox, wir haben ein geniales Thema, wie wechsel ich im möglich ist schmerzfrei von 32 auf 64 Bit, auf dem selben Rechner, weil der eine 64 Bit Architektur hat, und du hast ein 32 Bit Betriebssystem installiert, und möchtest du nur noch 64 Bit wechseln, oder wie soll ich das verstehen, oder, ja genau, oder große deutsche Konzerne Windows haben, Office 365 nutzen, und alles brav in der Cloud speichern, in der Cloud, in der natürlich Microsoft und die NSA vollen Zugriff drauf haben, natürlich sagen die, sie würden das niemals machen, aber, ich kann auch viel sagen, wenn der Tag lang ist, Wirtschaftsspionage lässt grüßen, ja genau, da entstehen Milliarden Schäden durch Wirtschaftsspionage jedes Jahr, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum die immer noch drauf sitzen, ich sage nicht, dass es unter Linux ausgeschlossen ist, aber es ist wesentlich weniger, und vor allem nicht immer Cloud speichern, im Leben nicht würde ich irgendwelche Dinge in der Cloud speichern, unverschlüsselt in der Cloud auch noch, ne, Jan Peter sagt Korruption, Ja, ja, wobei, das hält sich ja mit Korruption noch alles in Grenzen, ich habe ja mal lange auf die Philippinen gewohnt, dort ist Korruption in der Tagesordnung, das ist Korruption, da ist das hier eine Lachplatte dagegen, Ja, Das Philippinen, da war die Korruption immer extrem hoch, seit der neue Präsident dran ist, lässt natürlich extrem nach, aber, die Leute haben sich schon dran gewöhnt, aber ist bei weitem nicht mehr so viel wie es früher war, Also der neue Präsident auf die Philippinen, der greift richtig, richtig hart durch, Was, Linux sollte der Staatsanwalt sich mal anschauen, Jetzt brauche ich nur noch ein Programm, mit dem ich bei Knudels Livestream meine Kamera schwarz-weiß stellen kann, Keine Ahnung, hat dann ein eigenes Programm von die Kamera oder, das verstehe ich nicht ganz, Ah ja genau, jetzt kann ich mal hier neu starten, So nebenbei, Mal gucken, ob es was Neues gibt, Rolf Hamburg, das ist doch der Irre, der Dealer erschießen lässt, oder bringe ich da eine Insel durcheinander, Nee, ganz genau, Das ist nicht der Irre, sondern das ist der, der gnadenlos durchgreift, Der sagt, hört zu, Alle Drogensüchtigen, ihr dürft euch stellen, Ihr bekommt eine kostenlose Therapie, Euch wird geholfen, Wer aber Drogen verkauft und abhaut, Wenn er sich nicht festnehmen lässt, Kann bei der Flucht erschossen werden, Und jeder Polizist, Der einen Drogendealer auf der Flucht erschießt, Der wird strafrechtlich nicht belangt, Und seitdem hat die Drogenkriminalität dort enorm abgenommen, Ganz, ganz enorm, Denn die hatten dort richtig, richtig viele Drogensüchtige, Crystal Matt, überall die Drogenküchen, Da wird richtig viel gemacht, zusammengepanscht, Drogensüchtige ohne Ende, Und der greift einfach hammerhart durch, Finde ich auch gut, Einmal richtig durchgreifen, aufräumen, Und dann passt das wieder, Natürlich, die Menschenrechtsorganisationen sagen, Oh, der böse, böse Präsident, Der erschießt irgendwelche Leute, Ne, er schießt ihn nicht, Sondern er schießt die, die abhauen, Wer nicht abhaut, Wer nicht erschossen, Und wer nichts verbrochen hat, Muss auch keine Angst haben, Ist ja nicht so, dass der jeden erschießt, Ja, ja, Kann ich noch ein bisschen gerade machen, Ich suche ein Programm, mit dem ich, Im Livestream den Schwarz-Weiß-Filter einstellen kann, So wie bei, Manicam unter Windows mit OBS, Geht das bei OBS nicht, Oder geht das, Ich hab keine Ahnung, Moment, ich guck gerade mal, Jan-Peter sagt, Ein stabiler Rechtsstaat wäre besser, Ist ein Rechtsstaat, Die Philippinen, Aber dort ist einfach die Drogenkrimine, Drogenkriminalität, So extrem hoch, So hoch, Finde ich gut, Dass sie mal so richtig durchgräben, Dass man das mal auf ein niedriges Level bringt, Und dann kann man normal wieder arbeiten, Ich schau gerade mal, Ich kann mit OBS das nicht einstellen, Dass man dann Filter setzt, Ich guck gerade hier bei der OBS Software, Ja, Check, Also ich kann mir gut vorstellen, Dass es da oben wie was gibt, Dass man das schwarz-weiß machen kann, Gibt es bestimmt was, Aber genau kann ich das jetzt so spontan nicht sagen, OBS und Knudels geht soweit ich weiß nicht, Knudels ist da keine Streaming, Knudels ist ein Chat, Das glaube ich mich alles täuscht, Filter einfügen, Chroma Key, Color Key, Farbkorrektur, Sättigung, Filter, Farbkorrektur, Sättigung, Ja, Ich hab's doch, Guck mal, Na geht doch, Jetzt habe ich das schwarz gemacht, Also, Ich habe hier verschiedene Quellen, Und da bei der Bildschirmaufnahme habe ich den Filter, Farbkorrektur, Gesetzt, Und dann, Einfach die Farbe, Sättigung auf, Null gestellt, Masern auf 1, Close, Oh, Das ist zu viel, Too much, Too much, Too much, Also, Geht problemlos mit der OBS Software, Wie du gesehen hast, Das ganze auch schwarz weiß machen, Ich sag's nur ungern, Auch bis auf die Webcam ist alles schwarz weiß, Ich könnte auch die Webcam mit schwarz weiß machen, Ich könnte die Filter auch mit der Webcam einfügen, Genau hier die Webcam, Filter, hinzufügen, Oh, hinzufügen, Farbkorrektur, Farbkorrektur, Ok, Dann Farbkorrektur, Sättigung, Auf minus 1, Close, Ja, Nun ist alles farbig, Bis auf die Webcam, Die ist schwarz weiß, Also ich kann so unter OBS alles schwarz weiß machen, Müsst ihr eben zwei Filter einfügen, Damit die Webcam schwarz weiß ist, Und der Desktop schwarz weiß, Aber wie ihr seht, Funktioniert problemlos, Geht ohne Probleme, Filter, Farbkorrektur, Minus weg, Entfernung, Ja, Und Close, Und nun ist es schon wieder farbig, Also geht ganz einfach, Mit der OBS Software, Ja, Alex R, Ich mag Züge, Hä? Habe ich jetzt was verpasst? Rock'n Rolf sagt's, Nicht mehr auch, Die Filter musst du auf jede Quelle einzeln setzen, Genau, Also ich hab die einmal gerade schwarz weiß auf den Desktop gesetzt, Und dann schwarz weiß auf die Webcam, Hat funktioniert, wie du gesehen hast, Ich mag Züge und Windows, Hä? Verstehe ich auch nicht, Ja, Friedrich, ich auch nicht, Ja, Friedrich, ich auch nicht, Hans Günther sagt, Genauso will ich das auch, Nur kann ich bei Knudels, Kann ich nicht bei Knudels in schwarz weiß streamen, Ich weiß nicht, wie du bei Knudels dann streamst, Mit der OBS Software, Oder, Haben die ein Webinterface aus dem Browser, Das auf seine Webcam zugreift, Also wenn ich das Bier da habe, Dann werde ich den Livestream beenden, schätze ich mal, Ich bin jetzt schon dreieinhalb Stunden, über dreieinhalb Stunden live, Wie geil ist das denn? Also mein Bier ist jetzt hier, Wenn das voll leer ist, dann werde ich den Livestream mal beenden, Und mal Richtung meine Frau gehen, Lecker, lecker Björn, Was zur Hölle ist Knudels? Also Knudels, Ich denk das jetzt, Glaub ne 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 ne, Flirtseite oder so was, Ne Chat-Seite, Gönnt ihr, drei Stunden ist schon ne Hausnummer, Ja würd ich auch sagen, Roten Rolf, ich wusste gar nicht, dass es Knudels überhaupt noch gibt, ich wusste das auch nicht, ich glaube ich habe da früher mal gechattet, aber es ist schon einige Jahre her, dass ich auf Knudels gechattet habe, ich kann mal gucken, da kann ich ja hier gucken, in meinem Ubuntu 1804 Browser, in der Virtualbox, Knudels.de, gibt es das noch? Ja, es gibt es tatsächlich noch, chatten, flirten, spielen, in Deutschlands größtem Chat, bitte log dich ein, ja, mit Facebook anmelden, ne, mache ich nicht, aber Knudels, da habe ich früher mal gechattet, aber es ist schon viele, viele, aber es ist ewig her, zehn Jahre oder so, weiß gar nicht, So, Anfang der 90er Ach genau, ich habe den Patreon Link, sage ich gerade unter meinen, Infokarten drin, und meinen zweiten Velo Kanal, da ist auch in der Infokarte verlinkt, ja, geil, Ja, Rock'n'Roll, Anfang der 90er war es glaube ich nicht, Anfang der 2000er, ja, Anfang der 90er, hatte ich, ich glaube ab 94 hatte ich ja das Internet, oder in der 93, 94, so was, ab da hatte ich Internet, genau, ja, ich glaube 94, ne, 94 hatte ich Internet, da gab es Windows 95 noch nicht, da hatte ich schon Internet, genau, also war es 94. Hans-Günter sagt, ich bin bei Knudels immer im Video Chat, ist ganz lustig, ja, ich kann da nicht im Video Chat mit den Mädels chatten, dann reißen wir meine Frau den Kopf runter, 95 gab es doch erst Internet, ne, ne, Internet gibt es schon seit, viel, viel länger, Internet gibt es schon, viel, viel länger, kommt davon, was man als Internet bezeichnet, Geschichte des Internets, ab Mitte der 60er Jahre, Okay, war wurden die Grundlagen der Technik gelegt? 60er, 50er Jahre, Wachstum, Wachstum des Internets, Hier, Wachstum des Internets, Also demnach, gab es das Internet, Also demnach, gab es das Internet, So, sieht man es besser, Seit, Anfang der 70er Jahre gibt es das Internet, Verhalten muss ich das, Stopp mal, ich habe es im falschen Fenster, So wollte ich es zeigen, So, 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 Grafisches Internet vielleicht ab 95, ne, das gab es schon früher, Also, ich hatte schon vor, vor Windows 95, da hatte ich das noch auf DOS, hatte ich schon grafisches Internet, Internet ist nicht gleich www, natürlich ist Internet nicht www, aber ich hatte schon auf DOS, grafisches Internet im Netscape Navigator Browser, Browser, Ja, ich finde das jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Von Zern gibt es Tim Berners-Lee, er hat das WWW entwickelt und das gibt es seit 1991. Seit 1991 gibt es das WWW. Der Browser springt immer wieder zurück. So, hier steht es. So, hier steht es. Hans-Günther bin 28, Fredrik Müller bin 25. Ja, ich bin auch 25, nein, ich bin 26. Wobei die Kurve ziemlich blöd dargestellt ist. Die Kurve ist von 2000 Richtung, heute steigt wesentlich steiler. Ja, dann ist es auch, klar. Nimeo, 17. 17 ist bestimmt der Jüngste. Ich weiß nicht, also ich habe auch noch wesentlich jüngere YouTube Statistiken in meinem Kanal. Was, Salat Internet über Archene, Dos, Landscape gab es erst auf Sonnen und Wind, meinst du? Bei mir war es noch zufällig, wie ein Modem, wie eine Uni Stuttgart, eine Kurve oder Alp via Slipup.gbc. Alp.de, nein, oder? Kennst du den Alp.de, den Gbc? Gerlinde Bin Computer, den, wie hieß er denn, wie hieß er denn? Ich war öfters bei denen im Laden drin. Ich war mit dem auch partout, wie hieß denn der, wie hieß denn der? Der Name fällt mir jetzt ganz spontan nicht mehr ein. Aber ich war ein paar mal bei denen im Rechenzentrum, wenn man das so nennen kann, beim Gbc. Hans-Günter, Alex, hast wenigstens noch alle Haare? Ja, habe ich noch. Zum großen Ganzen geht schon. Salat, Rechenzentrum unter dem Dach, genau. Ich weiß gar nicht, Gbc macht er überhaupt noch was? Also die Internetseite gibt es auf jeden Fall noch von denen. Aber ich glaube das sieht aus wie vor 20 Jahren. Ja genau, das sieht exakt genau gleich aus wie vor 20, 25 Jahren. Da gibt es nichts anderes, nur diese eine Seite. So sah die Internetseite schon immer aus. Und Alp.de Da kommt gar nichts unter Alp.de. Ich glaube die gibt es nicht mehr auf die Seite. Die hat er abgestellt. Genau, der Jürgen. Jetzt fällt es mir wieder ein, der Jürgen war das. Der Jürgen, genau. Da war ich ein paar Mal bei denen im Rechenzentrum. Damals schon. Und dann hat er mich böse, böse, hat er mich rausgeschmissen. Ich war ja bei denen damals als Internetzugangsprovider und wir hatten auch eine Webseite bei denen gehostet. Und auf der Webseite lief ein Chat. Das war ein Java Chat. Und der ist irgendwie immer wieder hängen geblieben und stehen geblieben, der Java Chat. Und dann musste ich jedes Mal dem eine E-Mail schreiben, bitte startet das Java Programm neu. Und irgendwann hat er mich das so dermaßen angepisst. Dann habe ich mir über ein CGI-Skript was installiert, damit ich ein Telnet-Zugang hatte. Quasi. SSH gab es da noch gar nicht. Dass ich mich einfach auf der Konsole dort einloggen konnte per CGI. Hatte natürlich nur die www-rechte. Und hat mich dann auf seinem System durchgekämpft. Wo der Chat-Server liegt. Und wollte den wieder starten. Hat aber wohl offensichtlich mit den ganzen Rechten nicht ganz hingehauen. Und daraufhin hat er dann wahrscheinlich irgendwelche Log-Meldungen erhalten. Dass da irgendjemand versucht hat irgendwelche Java-Programme zu starten. Daraufhin hat er mich dann rausgeschmissen. Und er meinte, hey, ich soll mir einen anderen Provider suchen. Er möchte nichts mehr mit mir zu tun haben. Okay, und tschüss. Hey, wie geil. Das waren noch Zeiten, ja. Ja. Das waren noch Zeiten. Jo, jo. Haha. Salad B39 GBC dort nicht. Jürgen Hangart in die Bienen. Brug und Priester Ideal, ganz genau, bin neun und da neun, da müsst ihr gar nicht so weit von mir weg, vom Alter her, kommst du auch aus der Gegend, Salat? Jürgen ist auch BBSD, ja, ich weiß, Jürgen ist BBSD, das war meine allerersten Versuche unter UNIX, UNIX, was zu machen, bei ihm auf dem Rechner über das CGI-Bin Portellnet den Chat-Server neu starten, hat aber nicht richtig geklappt, hatte wohl keine Rechte dazu, Salat, bin immer noch aus Endingen, ne, oder? Wie geil ist das denn? Kennen wir uns dann vielleicht? Vielleicht, vielleicht, wer weiß, wer weiß? Wie klein ist doch die Welt, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du, hm? Dann wohnst du gar nicht weit weg von mir. Ich war, ich war früher immer oft in Endingen, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Und 18, 19 war ich immer in Endingen, mit den ganzen Mädels dort. Ich glaube nicht, ich war auch mal auf der Langwiesenschule, echt, wie geil ist das denn? Da war ich auch auf der Grundschule, aber nur... Er war auf der Langwiesenschule, wie geil ist das denn? Und auf der Grundschule war ich auch dort, genau. Haha, wie klein ist doch die Welt. Ups, AfD nicht da reichbar, ja, ja. Ups, AfD nicht da reichbar, ja, ja. Ups, AfD nicht da reichbar, ja, ja. Ich habe in der Nähe von Köppingen gewohnt. Ja, Köppingen ist aber weit weg. Aber da, der Salat, der hat ja nur ein paar Kilometer von mir weg gewohnt, oder wohnt er weg. Dann zweierjährige Berufsfachschule E, was ist das, Elektrotechnik oder sowas, und TG in deren Dingen, in deren Dingen war ich auch immer, aber auf der Schule zu irgendwelchen Unterrichtsblöcken oder sowas, war das damals. Gelernt habe ich Werkzeugmechaniker. In deren Dingen jetzt, jetzt FISI, FISI sagt mir nichts. Hans-Günther sagt, laufen eigentlich 4K-Bildschirme unter Ubuntu problemlos? Hm. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, ich habe nämlich keinen 4K-Bildschirm. Aber ich glaube, ich habe schon was gelesen, dass die laufen sollen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es nicht ausprobieren, ich habe keinen 4K-Bildschirm. Ich kann das nicht testen. Nicht mehr, laut YouTube hast du gerade die 4 Stunden geknackt. Echt? Also laut meiner Ort steht hier verstrichene Zeit 3 Stunden 55 und 36 Sekunden. Ja, Salat, nochmal zu dir. Wohnst du immer noch irgendwo in der Gegend? Oder war das nur mal früher so? Dann können wir mal ganz spontan ein Treffen machen und auf ein Bier treffen oder so vielleicht. Nick hat Videos zum Thema 4K gemacht und verschiedene Desktops getestet. Ganz genau, stimmt, stimmt. Der Nick, unix.eu, der hat, der hat, der hat, äh, der hat, äh, 4K-Bildschirme gehabt. Ja, genau, stimmt, da habe ich mal was gesehen. Salat! Dann müssen wir uns mal treffen, ganz unbedingt. Ist ja geil. Wieder da, immer 4K, ja. Allerdings ist alles winzig, stimmt. Ist alles super, super winzig, wenn du die Auflösung hochstößt. Ist alles verschwommen. Verschwommen und nicht abwaschen, ziemlich, ziemlich klein. Raubfasertapete, gute Nacht. Gute Nacht, Raubfasertapete. Egal. Gute Nacht. Gute Nacht. Egal. aber salat salat ich glaube wir haben uns bestimmt schon mal gesehen dann die sonne da wohnst muss halt die skalierung hochstellen je nach desktop gehabt das besser oder schlechter ja mit 4k bildschirm musste die skalierung hochstellen die dpi 28 leute sind noch im stream 3,5 nachrichten pro minute max sage ich nicht ich finde den neuen desktop doof welchen von ubuntu denn von den gnom desktop einfach das was du hier im stream siehst ist ubuntu 18.04 in der alpha version ist eben der gnom desktop ich finde den unity desktop auch besser max will unity zurück also ob da jetzt unity oder gnome heißt ist mir relativ egal aber er sollte halt so funktionieren außer im unity dann bin ich auch mit gnome zufrieden vier stunden jetzt zeigt bei mir eine verstrichene zeit vier stunden und zehn sekunden wo vier stunden live stream so lange habe ich noch nie live gestreamt ich glaube jetzt mal ist gleich wieder tanzverbot ich lege mich einfach auf den stuhl und lasse den stream weiterlaufen so hat er das heute morgen auch gemacht der war die ganze nacht wach und hat live gestreamt und dann heute morgen irgendwann hat er alle rollen runter gemacht das dunkel war und hat sich hier hingelegt und den stream weiterlaufen lassen allerdings hat er schon wesentlich mehr abonnenten wie ich der hat ich glaube 400.000 oder sowas 500.000 abonnenten bier ist fast alle dann ist ende ja fast fast ein schluck ist noch drin Hans günther sagt du solltest öfters bier trinken vor der kamera meinst du bier ist besser wie wie kaffee shadow sagt ich bleib bis april 2021 bei 1604 lts mit unity ich weiß es noch nicht mal gucken man kann ja wahrscheinlich auch b 1804 unity installieren nur wird er eben nicht mehr weiterentwickelt aber auch bei 1804 kann man dann unity desktop verwenden man muss also nicht bei 1604 bleiben jetzt nur ein schluck leite ein schluck letzter schluck so jungs und mädels moment als ich weiß es gibt's jetzt gibt's überhaupt mädels hier kinovalol neue youtube format warum ich denke ich werde es mal schluss machen Ich werde mich mal bei Gelegenheit verabschieden. Ich werde mich mal Richtung Frau ziehen. Ach komm, die 5 Stunden knackst du noch. Ah hör mal auf, jetzt sind wir erst bei 4 Stunden und 2 Minuten, 3 Minuten jetzt ganz genau. Ne, also ich denke mal, ich mache jetzt wirklich mal Schluss, sonst nachher reißt mir meine Frau noch den Kopf runter. Vielleicht mal wieder, ich weiß nicht, morgen oder so, aber ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen, ich werde mich jetzt auf jeden Fall verabschieden, hat wirklich super super viel Spaß gemacht, mit euch war mega unterhaltsam und ich weiß, jetzt gibt es hier noch mega viele Kommentare unter dem Video, scheiß Livestream ohne Vorankündigung und ohne Thema und bla blub und ist mir scheißegal, hat auf jeden Fall riesig viel Spaß gemacht, war unterhaltsam und ich werde es mal wieder machen, ok, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und Livestream beenden, tadaaa, Streaming stoppen! mit kita sich auch es ist es es Vielen Dank.